hallo ok so schnell muss man ok genau wieso bist du ein summerringer was tradition hallo was kommt mir rein und fertig angeschrien stopp sie was angeschrien was soll das denn Und ich hab mir nur so gedacht, okay, alles klar, schön hier zu sein. Ich wollte dich hochhypen, okay, dann halt mal. Hallo, ich bin super gehypt, was ist denn hier los, ey? Ja, wie geht's dir, Dizzy? Ja, mir geht's super. Das ist sehr motivierend. Ich lade euch mal kurz hier zu einem Squat-Stream ein, wa? Ja, cool, voll cool, Dizzy. Ja, voll geil, ey. Ach, du Scheiße. Bist du noch anwesend? Warum wird hier eigentlich heimlich trainiert? Und dann eine Teste drücken. Okay, let's go. Ich hab alle eingeladen. Mauki kann aufgrund von Squat-Stream-Einstellungen nicht als Squat-Stream hinzugefügt werden. Ja, dann halt nicht, muss ja nicht. Was? Ich kann dich nicht hinzufügen. Vielleicht bin ich nicht befreundet mit dir auf Twitch und du lässt es dann einfach nicht zu. Ah, weil du mich wahrscheinlich einfach nicht verfolgst. Du Arsch. Hä? Ja, ich mein, soll ich ehrlich sein? Warum soll ich drei Millionen Menschen folgen, wenn ich da sowieso nicht zugucke? Also nicht, dass dein Stream jetzt für mich nicht guter Content ist, aber ich gucke ja deinen Stream halt einfach nicht. Ja, ist ja auch gar kein Problem. Na eben, jetzt folge ich dir einfach. Ja, ist ja auch gar kein Problem. Ja, ich nehme jetzt trotzdem nicht an. Hä, natürlich habe ich dir gefolgt. What the fuck? Weiß ich nicht, ich muss mal gucken. Vielleicht folge ich dir nicht. Ja, toll, ey. Vielleicht folgt ihr euch beiden nicht. Ja, erstmal Twitch Prime reingezimmert. Ich folge ja allen, ne? Äh. Ja, du biederst dich auch überall an. Das stimmt ja gar nicht. Du bist doch hier mit der, mit der... Das hat er jetzt nicht gesagt. Mauki kann aufgrund von Spotstream-Einstellungen nicht hinzugefügt werden. Warte, 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 warte. Bitte, folge ich dir einfach nicht? Ja, vielleicht folgst du mir halt einfach nicht. Äh, das würde niemals passieren. Versuch's nochmal. Versuch's nochmal. Ah, wie sie mir jetzt einfach folgt. Mauki hat einfach mir nicht gefolgt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Dizzy, guck mal. Warum sollte ich so vielen Leuten folgen, weil ich deren Streams ja eh nicht gucke. Es ist ja nicht so, als wäre die Qualität deines Streams scheiße, aber... Können wir alle Chats klappen? Sehr gut ausspielen, junge Dame. Prima. Weltklasse. Das wird gut, das sieht man jetzt schon. Also ich muss sagen... Großartig. Ich muss sagen, mit Tastatur und Maus, das ist... Also mit Tastatur hammerwerfen ist... Alter, Schwede, also mit den Tastatur... Ist das unmöglich. Hast du viel, kann ich überhaupt irgendwas zu drehen? Es geht. Warum zeigst du den Leuten, wie das geht gerade? Was ist das? Nein, ich zeig das nicht, weil Mauki hat keinen Controller. Ja, hat Mauki einfach Pech gehabt. Wie kann es sein, dass man in 2021 keinen Xbox-Controller hat? Das frage ich mich ja auch. Also wirklich jetzt. Xbox-Controller, wer zum Feck spielt Xbox, ihr Loser? Hast du gerade gesagt, wir Loser? Das ist ein PC. Scheiße, ich habe Olympia letztens deinstalliert. Fuck my life. Ernsthaft? Ich hoffe, das ist immer wieder neu, jedes Mal, wenn wir das spielen. Nein, ich habe es noch. Ich besitze es noch, aber ich habe es deinstalliert. Ich weiß gar nicht, warum. Ach so, stimmt, weil wir ja die Ladies zerstört haben. Hä? Aber ist das nicht ein Grund, das installiert zu lassen? Nee, warum? Ich habe meine Pflicht erfüllt. Hallo, ich habe die beiden Damen, die einfach großkotzig, wie sie waren, gesagt haben, sie machen es fertig und die haben wir einfach wegrasiert. Gegenstrich. Es ist unmöglich, mit der Tastatur zu spielen. Wir spielen mit Tastatur, das wird lustig. Alter, Leute. Stopp mal, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass wir jetzt hier alle den Tastatur-Gerkspons durchziehen. Das ist eine Challenge, ha? Ist eine Challenge. Wobei. Wer hat sich das Spiel dann nochmal ausgesucht? Wir, ne? Ihr habt das gesagt. Ach, scheiße, dann können wir ja wirklich... Wer sucht sich denn Olympensportspiele, Leute? Ja, Entschuldigung? Wollen wir denn vielleicht mit Worms anfangen? Aber ich mache den Download gerade. Ja, dann spielen wir mit Worms. Gar kein Ding. Also wir können nur anfangen, meine ich. Das wäre cool. Ja, ja. Gar kein Problem. Also ich sage euch so, wie es ist, ne? Wenn wir das mit Tastatur spielen, dann gibt es beim Hammerwerfen nicht ansatzweise irgendwas mit 80 Metern. Maga, was ist denn mit dir? Das ist so maximal 50 auf jeden Fall. Angeblich ist 84 Meter der reale Weltrekord bei den Männern am Hammerwerfen. Warum höre ich denn Toro schon wieder nur weinen gerade? Ich höre mich nicht weinen, aber ich finde das eigentlich recht gut. Ich höre mich nicht weinen, nee, aber wir hören nicht weinen. Ist das Monitoring nicht an, oder was? Also mir gefällt schon mal Dizzys Einstellung sehr gut. Kann man Hammerwerfen nicht einfach auslassen? Nein. Dann sind ja zu wenig Tränen bei Toro drin. Toro, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du bitte diesen schönen, wundervollen Tag hier einleiten und unsere Gäste vielleicht begrüßen, weil das machst du immer sehr schön. Natürlich, das mache ich immer sehr schön. Das sehe ich eigentlich das vernünftige Intro. Ich vermisse das auch ein bisschen. Sportikus. Hallo und herzlich willkommen bei Gerangel in the Jungle! Heute, Episode Nr. 5. Wen erwarten wir heute als Kontrahenten von Arte-Dizzy und Toro? Nun, ich werde es Ihnen sagen. Heute im Dschungel mit dabei die einzigartige, wilde und auch nicht verbrauchte Mauki! Und ihr Teamkollege, man nennt ihn auch den Otto der Ottos, den Widget-Binner der Shagget-Figuren, der Pinsel-Schwinger des Untergrundes, der Tagess! Was bin ich? Hallo, guten Tag! Schön, dass ihr da seid! Heute hier, wunderbar! Und diese zwei unglaublichen Menschen werden heute gegen das Fresh Talk Dream Team HC Dizzy und Toro angreten. Wer wird der Gewinner? Wird es einen Gewinner geben? Wer wird gestritten, wird geweint? Wir werden es sehen hier bei Gerangel in the Jungle. Bleiben Sie dran! Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir gleich wieder 40 da! Ja! Und reinen! Start, Toro! Das war wirklich, muss ich sagen, also in allen fünf Episoden, muss ich wirklich sagen, war das das stärkste Intro. Man kann nicht mitreden, aber ich fand das ganz fein. Toro, sag mal, was hast du über meinen Namen gesagt? Also ich glaube, am Ende des Satzes hat er sowas gedroppt wie deine Mutter, aber ich war mir auch nicht so sicher, ob er das wirklich gesagt hat. Nee, aber er hat irgendwas mit auf Twitch, aber trotzdem Mauki, was? Ja, du hießt doch mal Mauki Fox, oder nicht? Ach so, nein, ich heiße jetzt Mauki ohne dieses schwachsinnige Fox. Geil, alle kriegen einfach ihren normalen Namen, nur bei mir darf das der nicht weg. Das Problem ist immer, wenn jemand Mauki sagt, denke ich immer an Käse-Mauken und dann stelle ich mir immer Mauki vor und denke mir so, na, die sieht doch jetzt aber nur wirklich nicht aus wie Käse-Mauken. Aber hast du schon mal an mir gerochen, Dizzy? Na, wie soll ich denn an dir riechen? Ja, siehste, das müssen wir mal wieder nachholen. Okay, nee. Du musst dir ein Streaming-PC holen und da kommt der Dizzy auf Feier. Ich bin hier nicht der Streaming-PC-Ausstatter. Ich starte übrigens Worms. Ja, ich auch. Wie aufregend. Wie aufregend. Tor, ich würde heute sehr gerne mit dir gemeinsam gewinnen. Ja. Ja, dann gibt es ein kleines Problem, dass wir das nämlich nicht zulassen werden. Aha, aha, aha. Das ist auch vollkommen legitim und okay. Also, es ist jetzt folgendes, ne? Ich sag das jetzt direkt ganz gerade heraus. Ja. Ich habe, ich bin in einem von den dreien Spielen scheiße und zwei davon hab ich noch nie gespielt. Das heißt, wenn ihr verliert, werde ich euch drei Wochen lang jeden Tag auslachen. Das ist absolut gar kein Problem. Okay. Das ist super. Wollen wir sich nur mal vorschieben? Ja, 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 ja. Also, das erste Spiel ist Worms, Leute. Mhm. Worms WMD. Ja, machen wir... Mit kasten Hüten. Spielen wir Chaggis? Chaggis machst du auf, oder was? Ja, nun klar. Wir müssen erst mal festlegen. Halt, stopp. Worms ist ja klar. Aber wir spielen drei Runden. Also, beziehungsweise wer die ersten zwei gewinnt, hat dann gewonnen. Nicht wahr? Das ist ja, also quasi ist das ja hier das Spiel, was sich das Gegnerteam ausgesucht hat. Was heißt, dass wir ja eine Challenge mitbringen. Sehe ich das richtig? Wann? Das heißt, die Challenge mitbringen? Ja, wir dürfen uns jetzt quasi eine Challenge aussuchen, nach der wir spielen. Was denkst du dir hier gerade für Regeln aus? Diese Regeln sind schon da, nur Toro hat euch das Regelwerk nicht geschickt. Toro? Richtig, ich hab das Regelwerk nicht geschickt. Nee. Eben hieß es noch, dass die, die das Spiel ausgewählt haben, da auch die Regeln machen. Nein. Die spielen jetzt hier ganz normal unser Worms. Ja, dann brauchen wir ja bei Olympischen Spielen auch nicht mit Tastatur spielen. Tastatur spielen. Richtig, weil dann können wir ja auch sagen, nee, machen wir nicht. Ja, richtig. Das war Toros Idee mit der Tastatur. Nein, nein, nein. Das Ding ist, Schagge, du hast das Regelwerk leider nicht sehr aufmerksam gelesen, aufgrund der Tatsache, dass... Ich hab das gar nicht gelesen. Richtig, du hast es gar nicht gelesen. Du hast es gar nicht gelesen. Du konntest nicht gelesen. Du hast mich nicht mehr nach dem Regelwerk gefragt, du hast einfach nur gesagt, ja. Ach, ich muss danach fragen? Entschuldige Sie mal bitte. Wir müssen das auswendigen. Ja, also es ist nur so, dass wir uns ja jetzt was aussuchen können. Ich sage, ich würde vorschlagen, wir spielen die erste Runde ohne die Clustergranaten. Nichts anderes, nur Clustergranaten. Das ist witzig, Schagge, wenn wir einfach nur mit irgendwas, nur mit Clustergranaten spielen. Bin ich klar dagegen. Also wenn ihr das jetzt hier so aufobtruiert, da kann ich ja nichts gegen machen. Aber nee, für mich, Schagge. Ihr dürft euch das ja in olympische Spiele auch aussuchen. Es tut mir ja nur wirklich leid, dass... Was dürfen wir uns da aussuchen? Na, ihr dürft ja da auch sagen. Alles Mögliche. Richtig. Alle Disziplinen, wir dürfen uns die ganze Zeit alle Disziplinen aussuchen. Ihr dürft euch alles aussuchen, was ihr wollt in dem Spiel. Ihr gebt da das Kommando an. Also ich bin ja schockiert, dass der Hermi diese komischen Regeln jetzt erzielt. Es war auch sehr kurzfristig. Ja, erstens das und zweitens, muss ich mal bei Tori auch sagen, er hat sich ja nur sehr, also wirklich auch wochenlang darauf vorbereitet, das hier anzumoderieren. Richtig. Wir können ja, wir können ja, pass auf, wir können ja, was hältst du davon, Diszi? Ähm, wir spielen die erste Runde Pups-Normal. Ja. Die zweite Runde würde ich schon irgendwas Spezielles machen. Ja. Aus dem einfachen Grund, weil sonst so langweilig ist. Ja, genau. Was? Seit wann sind denn unsere Worms-Runden langweilig, Herr Tori? Ja, aber ich will mal was Neues. Was Erfrischendes, verstehst du, Schacke? Was Erfrischendes? Nicht immer denselben Bart sehen, so. Wenn ich 20 Jahre verheiratet wäre, möchte ich ja auch, dass meine Dame sich vielleicht mal die Haare schneidet, damit es mal anders aussieht. Vielleicht. Jetzt lass dich drauf ein, Schacke, ist das gut. Welche Bogen nehmen wir? Ist egal. Nee, ist nicht egal. Wir müssen uns auf eine einigen. Wir müssen wenigstens ein Mirror haben. Ich hab hier noch die Rakete eingestellt. Die mit der Antenne. Sekunde, Sekunde. Hast du mich jetzt eingeladen? Sehr gut. Okay, dann... Ich muss erst mal... Nee, warte mal. Nee, Schacke macht doch auf. Nee, kann ich ja erst, wenn wir wissen, welche Burg wir nehmen. Dann nimm doch die Antenne, Schacke. Dann nimm doch die ganz standarde Burg. Ja, müsst ihr aber auch dann. Toro musst du auch, ne? Nimm die standarde Burg. Nimm die standarde Burg. Nimm die standarde Burg. Los, 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 los. Ich wurde noch nicht eingeladen, nee. Nee, geht ja auch noch nicht. Also, ich wurde auch noch nicht eingeladen. Ja, ich weiß nicht, ich auch nicht eingeladen. Das Ding ist halt... Ich hab mir heute gedacht, um 18 Uhr sind wir fertig hier mit dem Spektakel. Hör mal, mit mir dauert das immer alles ein bisschen länger, okay? Also, kommt mal hier an. Okay, hab die Burg. Oh, hast du die Bunk? Bunk. Bunk? Aha. Ja, ist alles, ihr seid, habt ihr ein Wald, ist alles eingestellt. Wir haben schon die Burg ausgewählt, Toro. Ja, hab ich. So. Schön, großartig. Tippi-Toppi. Mauki, raus. Mauki, raus. Was? Raus. Ah, gut. Darf ich wieder reinkommen? Ja. Nein. Aber du gehst zuerst rein, kommst du an mir halt deine Burg her. So. Hallo, ich bin's. Zack, zack, zack. Ich hab die Rundenzeit auf 10 Minuten gestellt, statt 15, damit das Ganze hier ein bisschen dynamischer wird. Ah ja. So. Also die Zugzeit 45, Rundenzeit 10. Ja, ja, das ist normal, weil das nach 10 Minuten schon der... Jetzt komm nochmal, Toro, jetzt komm nochmal rein hier. Ich bin doch schon drinnen. Ich seh ihn nicht. Ich seh nur Chuggis und ich seh Mauki mehr nicht. Okay, dann starten wir jetzt mal und gucken, ob das im Spiel... Das ist vielleicht nicht so gut. Also ich seh hier nur drei Leute drinnen. Okay, stopp, dann nochmal die Lobby neu machen. Ja, dann geh ich raus, dann lad mich nochmal rein. Lad mich einfach rein. Ich mach die ganz neu. So. Okay, laden. Erstmal Herrn Becher. Herr Becher, bitte annehmen. Dann komm die anderen rein. Nimm mich. Da ist er. Sehen wir uns. Okay, was ist das? Also Fling to the Flingering, oder wie das heißt, das hab ich auch noch nicht einmal gestartet. Ich auch nicht. Ich hab mir einmal gesehen bei... Ja, wir auch nicht, natürlich nicht. Das Ding ist... Ihr seid solche Scharfe. Was willst du von mir? Ihr habt euch drei Minuten getestet, ob's technisch funktioniert, ob alles läuft. Drei Minuten. Ey, ich sag's euch ja... Also ich möchte euch jetzt nicht enttäuschen, ne? Ey, ihr spielt Olympia gegen eine Frau, die das noch nie gespielt hat mit Tastaturspiel. Da heult jetzt nicht rum, dass wir mal drei Minuten dieses Fling to the Finish angeguckt haben. Absolut. Hat doch gar keiner was gesagt. Bis zu dem Spiel kommen wir gar nicht. Nach Olympias E-Feierabend. So, jetzt alle ready. Los geht er erst. Ne, Moment, stopp. Rundenzeit. Zehn Minuten. So, jetzt ready. Oh. Scharfe ist was für eine Vorbereitung. Ist das ja nicht meine, wenn ich... Deswegen ja. Okay. Stupsi. Nicht jetzt. Ne, Stupsi muss runter. Wie war das jetzt nochmal? Mit, äh, mit Leertaste springt man, ne? Ne. Enter. Mauki. Nicht, nicht so Quatsch machen. Einfach die Trickshots, die ich dir beigebracht hab. Okay, alles klar. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, schubi. Ich mach erst mal einen ganz... Ich mach erst mal einen lockenden Opa... Äh, Opa? Mach einen lockenden Opa. Mach das. Ja, ich mach jetzt den lockenden Opa. Mhm. Den kann ich besonders gut. Kommen wir. Spiel? Oh, ja. Sekunde, ihr bekommt das Spiel. Lol. So, seid ihr am Arsch? Ich hab das Power-Stürmband umgemacht. Das Power-Stürmband? Also, ich mach jetzt erst mal einen verschwitzten, lockeren Opener. Da kommt der. Ins Gesicht. Auah. Was soll das? Schön. Ich wollte dich nur zur Kiste bringen. Jedes Mal, wenn du meine Kohlroulade irgendwie triffst, kriegst du eine Kohlroulade weniger, wenn ich in Irland bin. Wieso fahren eigentlich jetzt alle nach Irland? Burger essen? Weiß nicht. Keine Ahnung, was es da gibt, ganz ehrlich. Der Toro lädt nur Mädels ein. Keine Sorge, Dizzy. Das stimmt gar nicht. Der Edo hat sich auch schon selbst eingeladen. Wer? Der Edo P. Ah. Der will hier angeln, hab ich gedacht, ob er nicht ganz sachte ist. Au! Das war aber... Weg ist der Aufgang. Also, Dizzy, da erwarte ich mir jetzt viel. Ja, 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 ja. Locker, locker. Wie fühlen Sie das Spiel eigentlich normalerweise? Ja. Oh. Sehr regelmäßig sogar. Also, ich hab mich damals in der ESL Pro Series, hab ich mich dazu angemeldet. Schwarmes. Schwarmes? Mhm. Das hat doch schon gereicht. Ja, sehr schön. Die ist auf... Schön auf die Antenne, Dizzy, da. Und dann gib ihm ein. 20 Sekunden noch. Ja, 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 ganz entspannt, du. Ganz entspannt. Oh, der könnte... Oh, den musst du durchziehen. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Das war... Ui, 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 ui. Scharfschütze, Scharfschütze! Der war war anders knapp. Mhm. Jetzt zappt er uns... Eine schöne Bogenlaterne. Der hat uns ein schönes Dachdach kaputt gemacht. Da geh ich immer gern drauf. Das wusste ich. Und hier sehen wir Mauki mit ihrem wurmigen Wurm, die jetzt gerade das Haus betritt. Keine Sorge, Mauki hat mir versprochen, mich nicht zu enttäuschen. Also... Jesus, ich glaube, ich werde heute nicht schlafen können. Und Mauki spürt sie den Druck schon. Sie geht in die Kuhle, wo gerade die Granate eingeschlagen ist. Oh, mich hier drüber? Ja. Das wird schon... Aber du müsstest, wenn du die Bazooka benutzt... WSG ist erlaubt, ne? Ja. Du müsst tendenziell nach hinten schießen. Also so wirklich nach oben, aber fast leicht nach hinten. Ich bin mir nicht sicher. Doch, doch, doch. Ich bin mir sicher. Zeig. Das war... Oh, der kommt aber weich. Es geht einmal da drüber. Ja, ja, ja. Bin sicher, dass ich da so schießen soll? Wenigstens ist schon mal jemand drinnen im Haus, nicht wahr? Nun, Herr Tarkes? Ja, bitte. Weißt du, dass du das triffst? Nein. Ich denke, schon. Oh! Gehen Sie mal baden, würde ich sagen. Oh, was für ein chirurgischer Eingriff auf der Seite von Doro! Hat mich nicht getroffen, hat mit Mühe und Glück noch die Kiste getroffen. Die mich dann runtergehebt, tut das, als ob das Absicht war. Oh! War das ein chirurgischer Eingriff? Da wurde aber operiert, meine Damen und Herren. Aber da wurde ganz stark operiert. Okay. Was tut er? Boink! Und jetzt Fallschirm. Meinst du, du schaffst es noch rüber? Ja, dann könntest du Baseball benutzen. Oh! Gegen! Alter! So. Und er geht auf dem Platz der Schande. Du schaffst es! Äh? Noch ein Stück vor? Nicht, dass da nur so Pixelfragmente sind oder so. Mhm. So, hör ab, der! Ey, au! Oh! Das war aber ein Sprung. Das ist ja doch mal nicht schön. Na ja, wir müssen die da auch mal unten wegschaffen, Dizzy. Das ist da so eine tödliche Kuhle. Die ist nicht gut da unten. Ja, ja, ja. Aber in Kuhle steckt doch Kuhl drin. Bleib doch einfach da unten. Guck mal, wir haben einen schönen Wind. Wirst du ein Seil probieren jetzt wirklich? Wir hätten ja rechts hochgehen können. Na ja, mach wie du denkst. Ja, damit ich noch einen Zug machen kann, weißt du? Ja. So, das wird schon. Noch 20 Sekunden. Und jetzt einen angenehmen Shot nach Richtig. Oh, der Mann ist toll. Der ist so... Oh, der Rückenwind, Rückenwind, Rückenwind. Das war aber ganz schön toll, Junge. Hi, der Witzgabe. Nun, jetzt steht es 1 zu 1 zwischen Dizzy und Maugi. Das war aber ein absoluter Nachmacher. Such die eigenen Moves aus. Oh, 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 oh. Man, nicht so frech, Junge-Dame. Jetzt wird hier aber schon die harten Geschütze ausgepackt. Das ist die einzige Sache, die ich mir für heute vorgenommen habe, okay? Und das ist, das ist so lange wie möglich für Shuggs durchhalten. Du sollst so viel wie möglich für Shuggs vernichten. Äh, ja, das auch. Nee, nee, ach so, doch, du kommst da hoch. Aber mehr auch nicht, ne? Nee, doch, 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 du kommst da hoch. Von da mit dem Doppelsprung soll das hingehen. Ja, da ist es halt genug weg. Man muss hier die Stelle finden. Ich bin ja auch runtergekommen. Oh, da läuft die Zeit, da läuft die Zeit. Wird nix. Ich vergesst, das wird nix. Ich bleib mal hier. Nun. Einfach mal nichts gemacht. Auch ein Leerzug ist ein Zug. Ja, einfach mal nichts gemacht. Jetzt sehen wir gekonnt. Einen 36-Grad-Löhrer. Kennst du noch Dizzy, der Löhrer? Ja. Den kenn ich noch. So, erst mal hier die Kisten weg. Das kann ja nicht sein, dass die hier noch so rumstehen. Hm. Oh, geil. Oh, nice moves, Toro, nice moves. Gegen Wind nicht vergessen. Ah, da positioniert er sich wieder zum Abschluss der oben. Sehr gut. Ah. Oh, oh, oh. Nicht unsere wunderschöne Antenne. Oh, weg damit doch mal. Oh, was? Das ist so gemein. Wow, 19 Schaden. Aua. Das ist egal, aber in der Kürze der Würze war das jetzt nicht so schlecht. Ist das so dein Motto, Toro? Dann hat man mehr Zeit für andere Sachen. Mhm. Hagelt denn das dir heute so? Was hagelt? Toro, Toro ist mit dabei. Bitte? Hat er da eigentlich noch Pixel? Nee, ne? Ist er da noch Pixel? Sieht ein bisschen so aus. Ach, die Antenne in Ruhe! Ah, ui! Oh, das Robert-Dietesturz! Oh, das tut mir ein bisschen... Nee, tut mir nicht leid. Mann, dieser scheiß Bunker! Aber... Da kommt gleich eine Holy rein, Toro. Wird gleich ganz kuschelig warm da unten. Nee, 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 nee. Lass das mal. Bin mir nicht so sicher. Lass dich einfach fallen, du siehst. Nein! Ja, sehr gut. Gut, dass du auf Toro hörst. Oh, nein! Lass dich einfach fallen mit Antagen. Nicht so fallen lassen. Entschuldigung! Oh, shit! Safety first! Das war richtig kacke! Das mit der ESL war ernst gemeint. Ich hab schon ein bisschen Angst gehabt. Oh, Gott, die heilige Handgranate wird richtig wehtun, wenn die dort einen Runden reinbomben. Ich bin ein bisschen ab, bimblingt weg. Die kommt schon die nächste Runde. Mhm. Aber jetzt kannst du da oben auch wieder hin. Nee, wobei, kannst du nicht. Nee, nee, nee. Scheiße! Na ja, von diesem komischen... Oh, nice! Äh... Jetzt geht auf den Rohr... Genau, genau, genau. Ein Stück nach hinten noch, sonst kaufst du dir mit dem Kopf gegen. Noch ein Stück. Dankeschön, Sandro. Warte. So, schießt da was rüber. Ich schieße jetzt einfach irgendwas, komm. Komm, ne Bazooka. Äh... Oder ein Schlammlöhrer. Dann mach auch die Zeit hoch, die Zeit hoch. Drück einmal die Sechs. Und vorbei. Nee, jetzt hoch. Kommt noch, verdammte Scheiße, aber bleib weg. Noch ein bisschen. Salz! Fast, fast. Wirklich, war gut, war gut. Ja, es war ein Eichel hier. Wie nennen wir das so? Was für A? Was? Eichel? Eichel, ja. Eichel. Wir hatten vorhin ein schönes Lobby-Code-Wort, das hieß Dr. Fax. Das war schön. Hm. Da muss ich machen, ne? Nee, ist richtig. Ist richtig, absolut richtig. Warum lass dich fallen? Nee. Ich möchte aber nicht. Howdy, I got your hat. Ich möchte mich aufs Engelchen. 13. Oh shit. Oh mein Gott, ich bin weg. Die war zu kurz, oder? Nee. Nein. Nee, die ist gut. Oh fuck. Oh shit. Nun, vielleicht noch eine Miene. Vielleicht noch eine Miene. Ohhhh. Oh nee. Ich hör deinen Doppelpiepen. Der ist tot. Oh mein Gott, Toro. What the actual fuck? Oh ho 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 ho. Oh mein Gott, der ist sowas von weg. Ah, sein scheiß irisches Glück, ey. Irisches Glück. Eieiei, Toro, da wird mir ja ganz warm umschniedelwurz, Junge. Oh. Ui. Eieieiei. Scheiße, Scheiße, kann man auch nicht anders sagen. Scheiße. Aber ich dachte, die wäre nicht rübergekommen, also ich fand die fast schon zu kurz. Da war sie ja auch. Du hast Glück, ob das hier hingeblieben ist. Ja. Na ja, gut, die kamen halt wirklich gut rein gedroppt. Also besser hätte die nicht laufen können. Jetzt ist er angefixt, jetzt gibt es die selbe Handgranate in unser Gesicht. Das weiß ich nicht. Also ich sag's dir so wie es ist, da kommt nix. A-PRA-LA! 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 A-PRA-WA! A-PRA-LA! tahu-verein, ah! A-PRA-LA! Ich war jetzt ich hab keinen Schniedelputz, der warm werden kann, aber ich denk mir grad einen. Das ist schön! A-PRA-LA! Du musst jetzt aufpassen, du musst dich jetzt gut positionieren. Er wird da nicht runterfliegen, das ist tödlich! Ja... Da musste ich aber... Ja, mach von da aus und dann gehst du wieder zurück in den Bunker. Von da, genau. So wie ich. Nee, mach das doch mal nicht hier, nee. Nee, warte, nee, mehr links. Jetzt lass ich ihn doch mal machen, Toro. Nee, ein bisschen zurück wieder. Warte doch mal, warte mal. Ja, so ist gut, du musst aber voll durchziehen. Nein. Geh zurück, geh zurück. Oh Gott. Oh Gott. Dieses, ja, aber dieses Backseat-Game, lass mich doch mal machen, Alter. Wirklich, ey, du hast den voll durch den Land. Bitte nicht gewinnen. Doch, ich will gewinnen, aber wenn du die ganze Zeit mich voll quarkst, nee, Boy, dann wird das nix. Ich muss doch hier meine, ich muss doch meine physikalische Berechnung anstellen. Egal, ich will jetzt einfach hier, ich geh jetzt einfach nach vorne, keine Ahnung, Mann. Oh, sie wird nicht viel, verdammte Scheiße. Ja, genau, das war mein Plan, die ganze Zeit war's mein Plan. Sag mal, Shagas, mach eine Sachen, die liegen bleiben können. Nein, 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 bitte nicht. Okay, 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 okay. Was Sachen, die explodieren. Mach mal so, okay. Mach Sachen, die liegen bleiben, Mauke. Doch, doch, lass ich nicht, scheiß auf das PSG von ihm. Oh, ich hör auf meinem Papa, lass das. Ja, oder jetzt fast durchziehen. Und jetzt fast Rückenwind. Durchziehen, ja, ja. Wir dürfen ja nicht runterrutschen, Dizzy, das ist gefährlich. Ja. Ich bin stolz. Ah. Vielleicht bauen wir einfach mal einen Träger. In der Mitte, meinst du? Jetzt wird er schon Träger. Ja, damit wir dann... Ja, das wäre eine gute Idee. Ach, mach mal, bau doch mal Träger, Toro. Jetzt reicht's. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh. Oh. Nein, schade. Nein. Oh, schade. War das blind? Nee, der war mal zu weit weg. Es war einfach keiner in Reichweite. Wow. Da ist eine Kiste, falls du die willst. Na, die nehme ich, damit die uns nicht ins Gesicht explodiert, allein schon. Sehr gut. war nichts gutes scheinbar wo ich mir dahin geblieben lochkante in der taktischen so was haben wir hier platzieren man sind ja alle pixel weg das ermöglicht uns neue position ja zehn minuten eingestellt das ist viel zu schnell was machen wir wie kriegen wir das da oben weg wir sie müssen denn ihr engel kaputt machen guck mal ob du aufs vordach kommst links auf die ok quick 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 oh gott geht nicht okay dann macht von da aus da waren die physikalischen berechnung nicht ganz korrekt dieser winkel funktioniert nicht der sie ja aber wir lernen ja heute ist nicht mal sehr gut sehr gut also war nur ein bisschen kacke ich hatte doch so eine schöne ich habe meine besucher poliert ach er will die kisten er will die kisten natürlich opfert dafür den zug das ist noch jede menge zeit kein stress nicht gut das ist richtig viel das läuft ja immer noch ich werde ich da eh nicht mehr wegbekommen das passt ja das wird das wird ein bisschen zu riskieren für 89 monate schön dass das immer noch läuft weil das ermöglicht mir nämlich das ganze hier vielen dank 40 von neuen er hatte ja alle runtergestoßen nicht hochgebracht ja wurmschlägt bazooka bazooka brand kennt man kannst du nicht der rumschlecken und wir das schon nach oben gehen dieser anseln ja ja geh da hoch damit du da ein ende findest verdammte natürlich die planiert noch ins gesicht da kommt tief sehr gut sehr gut das ist eine gute basis es ist ja mal ein stück in stücke in den engel zu schießen sind da noch übrig da sind noch genügend wir haben gegen nöde wind geht kommst du wirklich nicht nach rechts das wäre halt bessere winkel schönen leichten schnellen sprung nach rechts das muss doch gehen dann falle ich runter glaube ich na dann ja von damen wo ich musste komplett durchziehen und noch ein bisschen spitzer den winkel ja so ist gut so reisen das ist gut wenn du kompett auf die zwei jahre sind quatsch doch nicht immer dazwischen denn sie okay ich mache jetzt nichts mehr machen wir haben letzte woche gewonnen jetzt vertraut mir doch einfach mal ja sehr gut mann zwei woche hintereinander wir gewonnen du quatsch ich bin jetzt damit zu tun fandet und ich mache ich dann ja schon mal genau das gut hier ist gut bist du da hoch ich weiß nicht aber du kannst den trickshot machen den ich beigebracht habe okay okay versuchen ja ja winkel ist okay winkel ist okay und jetzt ja ein bisschen höher noch und dann nur so halb okay ein bisschen mehr hätte gemusst aber war es ist schon gerade dran da ist es halt wirklich ungeeignet gerade der wind ist gut nicht gut und ein fetzikus jetzt da noch ins wasser stößt die best阿 ensemboss stolz du dir flieg ich halte du gefälligtyr bellenson hückel von glücklichen nananana nanana nanana oder gibt es direkt schock noch nicht haben an der pixel kram der stört ein bisschen weil es geht was wäre so lustig wenn das jetzt abprallt wirklich das wäre sehr lustig wenn das passiert ist gar kein problem vielleicht kommt sie nach oben erstmal ja höher geht sollte ich glaube ich nicht mehr so kann okay war ich wir haben noch pinkelein antenne ja ich weiß ich will aber noch was kann das machen nein scheiße ich wollte durchwechsel tatsächlich hat dieser wurmwechsel sehr viel potenzial für katastrophen frag mal wenn du den triffst das wäre ja gold ich hatte aber schon ein bisschen angstschweiß ja kann ich verstehen aber ich glaube das ist kein angstschweiß und sportschweiß sportschweiß ja weil was ist sportschweiß das kenne ich nicht das ist angeschränktes starren auf dem bildschirm was macht man als regelmäßiger also als ich glaube ohne seil wird hier nichts du musst sei wer punkt der regel rechts da wo die kiste darum war bat oder direkt hoch kann es auch in den engel versuchen rein zu nehmen aber ich würde er gegenüber ja da ja ja sehr gut sehr gut ja ein bisschen schwingen und lang machen wie du oben bist ja perfekt auch noch nicht kurz aber sie hängt fast noch schon oben noch mal komm sagen wir ja ja okay vielleicht das wird nix naja egal deine möglichkeit probleme hauptsache ich stecke fest ich glaub's ja nicht torro deine möglichkeit jetzt ich muss jetzt erstmal gucken wie das wie das jetzt die regel oh spitze stark am besten noch ganz oben wir haben gegenwind das sieht alles total scheiße aus wo soll der denn hingehen und ja okay alles klar der ist auch weg du bist halt so ein richtiger kleiner kackschirurg heute so ein richtiger gamerschirurg weißt du glücksschwein hier wird einfach kacke zu gold gemacht heute ja das ist gut richtig schöner krasser gegen die go uh geh vorbei geh runter nein nein oh shit bleib oben bleib oben bleib oben nein ja ja oh was wie geil ey beide das ist aber nicht gut dass du sie muss irgendwas bauen ja warte wohin denn damit wir hochkommen ich hab keine seile mehr du musst und seil dich du musst nach oben ja lass mal den du bist jetzt so du kriegst jetzt second hand aggression ja oh oh das ist immer was ich mache jetzt entspann dich alter du kannst auch zu uns rüber kommen ist gar kein problem äh sag das nicht zu laut ne torro macht sowas ich weiß dass torro sowas macht das haben wir ja letztes mal abbekommen ich weiß nicht ob das ne ne das hält dich ne ne versuch's Dizzy ja das ist unangenehm wir sterben wir sind tot ruhe das wars ruhe ne das wars man ruhe jetzt keine chance mehr das war der schönste wurmschlag den ich in meinem leben je gesehen habe da kam das schlack soll jetzt komm sei dich hoch da einfach in den engel reichen dann bist du da ja es ist war vorbei die spitze hinterm engel da genau meinst du schaff das easy easy mach ja 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 komm hier müssen doch irgendwas rüberschießen du kannst ja du hast jetzt die oh ne ich ruhe ruhe jetzt ruhe ruhe warte wenn du noch pass auf hör mir einfach zu wenn du noch ein seil hast Dizzy hast du noch ein seil ne hast du noch ein seil Dizzy ja hab ich dann baller das links in die turbenspitze da links rein da kommst du locker hoch was für eine turmspitze oben da oben ja baller doch da rein ich hab noch ein bisschen Respektro so und jetzt lang machen wenn du oben bist ein großer schritt für die maoki das schaffste komm das geht doch irgendwie und lang und lang sehr gut und jetzt kannst du noch bau dir ein Schutzschild vorne nein Träger irgendwie vorne in die Bresse fuck wie kann man den drehen mit ab egal nein ok ah one on one ok ok wie schaffst das Chuggas ich belieb in dich ah der hat so Schutzpixel vor sich das ist schwierig Schutzpixel, Pixel, Wechsel mach nur nicht die maoki mhm 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 pfff ein schönes für Optionen wenn der trifft könnte das Ende sein aber ist natürlich noch überlebt bis dahin hast du nicht einen Wurmschlecker oder sowas? ne die sind alle oh aber ok gut 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 geschossen dankeschön dankeschön ich wusste doch dass ich in dich glauben kann Mann das merkt mich also es war zu viel Stress es war einfach zu viel Stress ja jetzt kommen wir die jetzt kommen wir die Challenge ja da hab ich da hab ich Schau das Glücksschatz einfach mal hier gekontert ne so ich würd sagen wir machen jetzt Granate only Granate das dauert drei Stunden ne und dann ne wieso 10 Minuten Rundenzeit und dann Abfahrten Granate only also aber zu Granaten zählt alles? ne nur die grünen nur die grünen Granaten keine keine Seile gar nichts nur grüne Granaten das ist doch Quatsch das hat doch nichts mit einer Challenge zu tun das ist doch nur irgendwie Quatschgebömmel naja aber das ist unsere Challenge ihr könnt ja dann bei Olympia euch eure Challenge ausdenken das kriegst du bei Olympia so wieder gut warte kurz wir müssen uns beratschlagen nur nur die grüne Granate ja ohne Seile ja keine Seile nix nur Granate nur Granate jetzt kommts nämlich auf Skill an das bedeutet aber also auch kein kein Bauen nix ne gar nix nur Granate ok was ist der ne Rundenzeit ist übrigens immer noch 10 Minuten by the way ne 10 Minuten 10 Minuten so wie vorher 10 Minuten ja 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 warte mal kurz wie mach ich denn das ohne dass ich meinen extra Fett sich kaputt mache äh du musst ja gar nix machen die Granaten sind doch dauerhaft da wir nehmen einfach die Granaten achso du meinst wir benutzen wir ich mach jetzt kein neues Set sondern wir sagen wir benutzen einfach das genau wir benutzen einfach das ja logisch das macht Sinn ja ihr habt recht äh Rundenzeit 15 Minuten ne 10 Minuten so wie eben ja sag ich doch ja 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 entschuldigen entschuldigen sie mich doch nicht ja vor allem jetzt kommt's drauf an Skill den Dizzy nicht hat ja jetzt wirst du nicht jetzt wirst du nicht gleich erstmal umgucken na gut egal machen wir glaub mal an deinen Partner drüber scheuer machen wir ruhig der braucht das damit er motiviert ist ich weiß ja nicht ich will heute nicht 3 Spiele spielen nochmal ich hab noch was vor Granaten nur Granaten nur Granaten grüne Granaten nichts anderes ok cool mhm keine Seile nichts nur die grüne Granaten und springen und bewegen wie ihr bei euch sitzt ok ok wenigstens sitzt keiner auf der Turmspitze ey ich werde ihn runter das sieht alles sehr fair aus naja ja das stimmt oh Gott nur Granate da kommt sie 6 Sekunden 5 Sekunden und dann geht's los let's just put this happy little thing over there pralle ab du scheiß Ding oh 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 der war stark der war der war wirklich stark der muss von der Antenne runter das ist dir bewusst ne ok das war wirklich krass jetzt glückes glück bringt ihr links vor und denkt das ist ja egal ob ich eine position und was wahrscheinlich ist drin in der kiste was du nicht benutzen darfst die kisten wirklich nur so minen die man beseitigen muss ne stimmt eigentlich eine ganz coole challenge da war die augen bei schack ist gleich mal wieder größer du darfst nicht mit so viel zorn spielen gerade wirklich das ding ist halt du machst dich selber kaputt gerade ja deine performance ist aber leidet darunter wenn du unter zorn spiel und immer wenn du unter zorn spielst dann spiele ich auch scheiße ich bin jetzt die kisten beseitigung bomben räumungskommando auf fünf oder so solltest du schon stellen das das ist mir auch gerade so vielleicht ja für sechs wenn du sicher gehen wird das liegen bleibt jetzt ist aber die frage schon hoher winkel von so vielleicht kommen ich mach mal 6 und durchziehen so ich kann ich hätte durchgezogen dann wäre sie drüber geflogen bei durchziehen wer sie hundertprozentig mit harsen granate only wow du kannst du mal space drücken wenn die kiste runter kommt dann geht das ein bisschen schneller ach so ja auch klar der jetzt ist es dran ist er decken space drücken um den fall zu beschleunigen das höre ich erst jetzt nach sechs spielen auch sechs spielen die wir sehen lange warten mussten auf deine macht sogar sechste sie noch ein bisschen das hat eben schon so gut funktioniert das hat aber noch fast getroffen na ja wie sagt man immer so schön hätte er die fahrer kette das problem ist mit einer sekunde kriege ich den da oben nicht runter das geht nicht nach vorne gehst auf jeden fall können das ja mal jetzt ausprobieren stopp sie haben wir jetzt auf hier macht mir nicht alles nach machen mit besseren wo für alles nachzumachen schluss hier welchen dreck oben habe ich es ist noch nicht vorbei schluss hat man der anfang gerade erst begonnen was du kannst ok wie geht es deinem katz aber sie sagt wenn sie glücklich ist sie ist wie ich jetzt machen wir nicht alles nach torro will ich was ein auto aber wenigstens zwei schaden genommen das ist doch was das war jetzt nicht so geil ich höre ich noch mal auf mich ich habe doch gar nichts gesagt heute war warte mal ich kann doch ich kann doch hier und man kann ich da ja macht den trickshot mit der bazooka nur mit der granate ja das ding holen ist gut weil das explodiert doch auch oder nicht ja 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 das alles wegnehmen ist total schlau ok man kennt ihr die sport näher kommst du nicht hör kannst du nicht kommen aber das war schon das ist das ist das ein problem der sie als ob ich treffe komm mal runter ja macht fünf sekunden oder so und dann einfach so ja aber wenn du durch ziehst bei dem winkel fliegt sie vorbei so macht fast durch sie macht so 90 los macht oh die kommt gut ok ja egal den weg nach oben denn der weg nach oben ist kaputt und wir haben keine seite das ist gut aber wir haben jetzt auch tatsächlich einen dauerhaft taktischen vorteil dadurch dass die antenne das chirurgische entfernt wurde mit so zwei und dann so sehr schrägen winkel dann kriegst du den schag ist da vielleicht genau was der torus sagt doch anders das ist gar nicht mehr oben drauf da war ich bin abgehauen ok ist runter gefallen ich bin abgehauen ja taktisch abgehauen das weiß ich was ich bin wirklich abgehauen nach meinem wohnen ja weil ich mich verrecken müssen wir den da von der antenne kriegen wir haben das geht gar nicht anders ok mir wird gerade schlecht warum ach komm jetzt mach mal nicht diesen vielleicht vielleicht habt ihr ja in den nächsten vier minuten noch mal richtig die klappe ok dann fick dich doch ich bin ich auf dem lenkel coole laune oder was darauf erstmal schön darauf erstmal schön wieso hast du so viel hass in dir Toro ich muss jetzt hass haben geh weg Toro hat lange nicht gefappt das ist offensichtlich das tut mir leid Toro soll ich dir ein paar seiten zuschicken die sind ja so schwer zu finden im internet reden wir hier von oh nein NOLATS oh wie viel Pech haben wir oh unsere Ramp ist kaputt ist sie nicht nö ist sie nicht passt doch da kommt man noch hoch aber hey auch gar nicht so kacke also wir haben da schon ein bisschen Pech mit mit der Annäherung von Granaten ist aber auch saukacke schwer ihr macht aber auch eine gute Figur also ja das stimmt aber grundsätzlich halt äh nach hinten ach warte halt ne hier ne äh aber Woben wechseln dürfen wir oder? ne nein ihr habt gesagt nichts gar nichts es war ja nur eine Frage ja das war die Antwort sehr gut haben die das jetzt kaputt ach ne du bist gar nicht mehr da deswegen hm oh Daisy das ist ne gute Taktik kommt man noch ein bisschen höher meinst du ich krieg da was hin warte mal wenn ich hier so denke schon ich denke schon fünf Sekunden vielleicht ja 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 oder vier also wenn so ein Winkel eher vier mach 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 jetzt mach nicht durchziehen ooooooo kommt zurück ja naja gut naja gut komplett egal also theoretisch wäre die gut gewesen in anderen Szenarien pipipupu vielleicht kommst du da hoch das wäre nicht die Kacke wenn wir den jetzt da einen Weg nach oben gebaut hätten hm ja macht nix aber wir kriegen da ja nochmal eine rein das ist ja oh nein das geht das ist nicht mal oh 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 das hast du doch vorhin schon mal gemacht ja hab ich vorhin schon mal richtig ja das ist dein Signature-Move ja ich glaube das ist mittlerweile mein Signature-Move ja irgendwie also ich will jetzt gar nicht lachen weil mir das auch passiert ist also ne da kann man schon drüber lachen also ich lach da auch schon innerlich sehr drüber ja ich kann das nicht so laut machen weil ich noch Ski im Mund habe die gelben Granaten was hast du im Mund da dürfen wir die benutzen nein die darfst du im Mund Joghurt ach so ich war so gerade warum hat der Ski im Hintergrund ok pass we have anything we have here we have anything we have here here you can do it I believe in you yes very nice und jetzt fortz da einfach einen rüber du wirst von hart gefotzt jetzt direkt am Hinterkopf eine Sekunde was ist das ah ja ah ja ok da reicht es nicht ganz da reicht es nicht ganz da reicht es nicht ganz ah noch 20 mehr dann haben wir es noch 20 mehr in 3 Minuten kommt Wasser die ganze Firma da unten Junge 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 ja das ist eine richtige Massenveranstaltung da oben das ist scheiße eigentlich müssten wir doch jetzt gerade nur die höchsten Würmer wegfallen oder psscht jetzt komm ich nicht mit Logik also normalerweise bin ich auch nicht so gut in Logik deswegen äh ich versuchts oh mein Gott da ist er nice schön schön ja aber weiter geht es nicht weiter geht es nicht ne weiter geht es nicht ne was mach mal denn hier drümmierte der war zuuuu der Wind nö der Wind macht keiner spielt keine Rolle bei Gramm Mann ah ja stimmt danke an euch alle für eure Unterstützung und in diesem Sinne sage ich jetzt ich bin weg tschüss aus peace das stimmt doch nicht wahr warum soll ich mein Abo mit dem Chat teilen das gehört doch mir und mir nö der Wind 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 ist believe ich bin auch so äh Team believe ja ich hab halt keine andere Wahl also ja schön da soll das werden oh ich äh na da brauch er muss in der Theorie in der Mitte eine Granate rein dann fallen theoretisch auch alles ja ja mach auf fünf oder sechs und dann los bei so einem hohen winkel doch durchziehen mehr 16 ok also fast bis ganz durchziehen ich fand gut ist auch ganz neu die ganzen du hattest einen guten winkel vor uns gehabt ich würde vielleicht nur mit einer vier oder fünf arbeiten nicht mit der sechs aber ich hatte den wind kräftiger eingeschätzt bin ich ganz ehrlich zwei runden am stück hör auf ihr imposter zu sein entschuldigung er heute ist einfach vielleicht nicht beim wurmstag aber dafür perform ich gleich ein olympisches spiel mega geil wie war das hier wie kommen auch mal den kollegen zum abspringen ja ne braucht man glaube ich einen wohnkollegen zu machen kollegen ok jetzt kannst du nicht hoch der typ bei der antenne muss das gibt es doch nicht ich weiß schon wo scharges hin will du kleine ich weiß schon was scharges vor hat das ist nicht oh shit was habe ich denn vor euch etwa mit granaten treffen ja das auch du hast mein das ist schon alles in arbeit alles im sitz gerade tätowierer neben ihm ach die kommt doch nie an war es ein fünfer ja aber immerhin war nicht schlecht hat getrost geht hat schaden immer schon mal mehr gemacht hat sich die letzten vier runden jetzt kommen die richtigen jetzt kommt ihr richtig jetzt ab jetzt kannst du auf mich zählen ich konnte schon mal einwoben da rechts wegnehmen wenn da eine granate trifft wir sind einfach so ich habe auch noch keinen winkel finden ok wir haben ja eigentlich noch ihre antennen müssen sehr hohen winkel an der maria 5 so und nicht ganz durchziehen aber was kann was das bsg ist stark in der ich weiß nicht ich muss doch durchziehen das problem ist dass zwischen zwischen fast durchziehen und durchziehen ist ein riesiger bereich also aber macht machen wir nächstes mal wie du denkst vielleicht die sie mit einem weiten sprung also es würde glaube ich gehen mit dem long jump da wo die ganzen würmer stehen nach links zu kommen richtung antenne so ein bisschen wahrscheinlich aber ganz drauf verlassen doppelsprung doppelsprung noch mal einfach einfach doppelsprung immer wieder und jetzt langsam nach links und scheiß okay oder schieft einfach nicht so gut und schlägt drei sekunden legte auch let's go stop du weißt schon dass es ein leichtes delay gibt auch im wo ist das ja stopp ruhig zudiert schag ist bitte einfach nein das motiviert mich doch du weißt dass mich das mutige ich habe ich jetzt plötzlich das wäre nicht so gut oh mein gott woher wisst ihr mal welche wir als nächstes hat weiß man doch gar nicht ach so dann halt einfach glück im raten nein das müssten zwei sekunden das ist der vier das der vierte vierte granate diese die er schon gesehen hat mittlerweile jetzt sag ich gar nichts jetzt machst du das war einfach wie okay wir bauen uns eine wohnbrücke oh ja nein du musst da jetzt unbedingt bleiben okay ganz wichtig so jetzt ist halt die frage nach so ein bogen und auf drei das ist auch gut ich sag diese runde gar gar nichts also so gut mit drei aber nur fast durchziehen richtig wer sagt auch gar nichts ja dann musst du jetzt von daraus schön so eine gezirkelte mach eine fünfer eine fünfer ist immer gut immer blub blub fliehe blub blub nimm fiese frie dankeschön für frise frie dankeschön für deinen raid brauchen knappes spiel irgendwie okay okay das ist alles Du bist da die ganze Zeit so nah dran, du bist da so nah dran, jedes Mal drüber. Oh, ich bin dran, okay. Wir laufen halt alle gleichzeitig ab. Wir müssen den von der Antenne runter machen. Nee, müsst ihr gar nicht. Der Antennenbum ist unser Joker. Dem wird gar nichts getan. Solange der da oben ist, ist alles okay. Taro, du musst einfach mal kurz in mich belieben. Und mich nicht vollkratzen. Holy shit! Wenn du das... Nein, 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 mach nicht mehr. Du bist einfach dankbar dafür, dass du das gerade geschafft hast. Ja, 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 ich bin sehr dankbar. 30 Punkte und dann steil... Ja, so, komm, los, los. Was war denn das jetzt für ein Cheat? Ist egal! Hauptsache es läuft! Hä, wie ist die da hochgekommen? Die Positionierung, die rettet uns einfach. Dissi, Dissi, mach dasselbe. Du hast dir das angekommen, Dissi. Mach einfach dasselbe. Das können wir gar nicht machen. Wieso? Nee, weil oben was im Weg ist. Nee, wir haben hier sogar weniger. Das müsste eigentlich locker gehen. Nein. Geh mal ein bisschen vor. Das geht nicht, weil A, kein anderer da steht. Und B ist bei uns oben die Ecke davor. Hey, impossible move. Es geht gerade nicht, Toru. Believe me. Okay, dann versuch den wegzumachen. Nein, 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 nein steht er halt und gewinnt weil sie einfach da hochgekommen ist na klar gibt uns doch einfach noch mehr kissen alter ihr habt so viele kissen sie sind super ich habe es natürlich das ist so lächerlich das ist einfach das ist ganz egal wie du hier schießt aber die pisse verloren dieses entspann dich doch mal du bist immer so einfach schon dass das unmöglich ist du siehst du bist weit über 40 du hast dich war auch gesunde augen eine berg die gar nicht so steil hängen hoch es ist so ein schreck wie die da hochgekommen ist wirklich aber ich muss noch trotzdem so muss ich aber theoretisch wir haben noch eine möglichkeit wir bringen dort oben da wird wir bringen dort oben selber eine granate an bei uns ich bin da ist doch schon eine granate ich meine in die kuhle dann haben wir vielleicht nachgang egal einer ist ja oben alles gut also entweder geht das jetzt total schief oder mein gott genau wird auch da war die granate bei euch oben rein das doppel sprung doppel sprung erstmal nach oben ja das geht du kannst über dich immer nur doppel sprung und dann da hoch ja auch jetzt auf mich doppel sprung das ding ist halt hier sind zehn zillionen namensschilder und sieht halt wirklich kaum was ich kann nicht ob es eine taste gibt dass man die ausschalten kann aber ich ja also mit der drei und dann spitz irgendwie viel zu viel drei und dann schön drüber zückeln ja da läuft es ab ich will einfach so richtig darunter kriegen ich war theoretisch musste nur eine granate ja da ganz oben reinkriegen ja genau aber dann ist stark ist immer noch auf dem auf dem pin ja aber dann den links ja deine antenne ist ähnlich also der ist ein stückchen höher ja das was dann wohl noch zwei da oben haben das ist mein großes problem nicht nur pixel naja weil der halt noch treffen kann das ja genau das könnte jetzt unangenehm werden aber da er nicht trifft ist es halt nicht so das problem es ist wenig es ist so sehr halt einfach hier jetzt kannst du noch mal mit dem gehacken den super trick mega schaut drei mit einem netten bogen und dann in sein gesicht ich weiß ja nicht doch 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 das ist gut das ist gut das ist gut vielleicht auch ihr nachgefühl ach weißt du was wir machen das einfach so und dann keine ahnung man das wäre vielleicht so happy absaufen war schön war eine ganz tolle war toll war toll gg und wir haben unter 1 gewonnen hier mich aber nicht ja oh dank deines supermoves da du warst doch auch oben oh mein gott ich dachte echt ich hätte das passt vorbei das war es tut mir wirklich leid Toro kannst du mir bitte verzeihen es tut mir wirklich leid ich habe heute völlig underperformed okay wenn du jetzt bei Olympia nicht ablieferst ne bin ich richtig abgefuckt ihr wartet jetzt aber nicht dass wir bei Olympia uns irgendwelche settings überlegen wo wir dann auch verkacken ne 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 machen wir nicht hm ne wir spielen das ist hier harte Konkurrenzbagger ja das ist schon das dritte mal dass ich dieses game einstellen muss ne ich glaube ich sollte es installieren lassen ab heute kommt das dann raus oder was wie raus was kommt raus immer wieder kaufen zurückgeben nein ich hab's jetzt behalten dieses mal man ich hab's dieses mal behalten meine Daten so jetzt ist Olympia Zeit ja Olympia Zeit sehr gut oh er hat meine Einstellung behalten denn äh solange ihr das gerade an macht würde ich fix mal äh noch eine Schmöke geben mach das mach das mach das mal also wir dürfen jetzt regeln ich würde auf jeden Fall schon mal sagen wenn wir Hammerwerfen machen dann machen wir das wirklich alle mit Maus und Tastatur ansonsten würde ich aber normal machen ja ihr bestimmt das das könnt ihr ja jetzt gerade machen Toro eröffnet diesen ganzen Lorden würde ich sagen also ich habe keine Ahnung von Olympia deswegen kann ich keine äh Regeln aufstellen ich auch nicht ähm beeinflussen würden das macht Schalke genau aber ich würde nicht sagen dass wir alle ähm alle Tastatur machen weil das würde Schalke halt ähm nerven beziehungsweise negativ beeinflussen das würde mich handicappen ja und das würde uns nicht helfen ja deswegen ähm würde ich sagen wenn wir Hammerwerfen machen dann würde ich tatsächlich mit Tastatur machen einfach weil es lustig ist aber der Rest ähm ja bei Olympia ist halt also ihr müsst halt gucken Challenges auszusuchen ist halt in dem Spiel halt schon übel schwer weil das Spiel an sich ne Challenge ist ja ich hab's ja genau also wir dürfen Spiele picken scheinbar also wir haben wir haben es halt immer bei bei Suki und Jen gemacht dass ähm dass der der das Spiel gepickt hat ne ähm wir könnt ja umdrehen dass ihr vier Spiele wählt und wir drei dann hast du nämlich sieben glaube ich mhm ok ok wenn du dann halt musst ja mal gucken wenn du wo war denn das hier der Bums Olympische Spiele glaube ich anklickst und dann also machst du du auf oder soll ich ne Lobby aufmachen war das der Chicken Dance ähm du hast ja besser das Internet oder? ja genau jetzt verantworte ich mir die Frage auch gerade selber stimmt Jolanda alleine Passwort suchen Raum erstellen privat öffentlich Junge ich suppe so hart das ist unfassbar ich hätte nicht dieses Shirt anziehen sollen man zieht doch nach ne Shirt an ich bin nicht bei mir ich hab hier keine andere Kleidung ich könnte hier im BH sitzen aber ich glaub das ist nicht so konform also benutzerdefinierter Mix oder so musst du dann oben auswählen äh aber dann läuft da halt immer so ne kack Zeit RT zum Sperren halten was sind RT so Dizzy eingeladen dich eingeladen Maugi eingeladen Juhu ich wurde eingeladen ok dann gesperrt achso da kann man sogar den Raum zumachen äh ich finde mein ähm mein Bild passt perfekt zu meinen Skills in Olympia achso wie viele sind das Toro weißt du wie viele das sind was sind oder so äh die man jetzt hier reinpackt in den Mix sieben sieben ok ja man kann auch doppelt welche reinpacken oder sowas dann dann aber jetzt müssen wir erstmal gucken wie wir dir beitreten na einfach annehmen guck mal Mauki hat's schon geschafft hier Mauki ist halt auch einfach Skillor es wird dein vierstelliges Passwort äh nein wird nicht guck mal Mauki ist auch ohne Passwort rein durch den Invite ich nehme mal wir fangen mal mit 100 Meter Freistil an jawoll Schwimmen mit Tastatur ist unmöglich wieso denn du musst doch bloß abwechselnd zwei Tasten drücken ja also das passt schon alles ist mit Tastatur machbar Toro Level 45 alles klar hier fühle ich mich gut aufgehoben ganz ehrlich achso sorry ich hatte schon wieder nicht ich hatte schon wieder nicht gemutet achso also euer Pick ist 100 Meter ja äh dann nehmen wir Judo ok Leute die ein Problem haben mit nassen Achseln die sind auch nicht von diesem Planeten dann nehmen wir Wollen wir vor der Lulz hammerwerfen mit Tastatur das war schon echt schrecklich ne also wirklich ja aber dann wäre es für alle schrecklich ok klar vor der Lulz let's go holy shit wollen wir also ich mach das hier eh zu schwarz wie gesagt die Regel ist hammerwerfen alle mit Maus und Tastatur ja machen wir gut ihr macht die ihr macht die Regeln wir haben da nicht mehr zu diskutieren so dann nehmen wir echt? ihr verliert es ist ne Regel wollen wir nehmen Weitsprung ja ok oh das ist meine Achillesferse Weitsprung gut dann nehmen wir ich hab heute echt keine Entschuldigung ja ich hab keine guten Vibes aber ja du kriegst jetzt gute Vibes verdammt scheiße ey Toro du musst die Szene ändern in OBS bitte ja bin ich gerade dabei aber irgendwie hä warte mal was war da unten noch Staffelt ne nicht Staffelt Musashi Exa alter das kannst du ja auch nicht ausdenken was habt ihr genommen? Hürdenlauf 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 Tennis oder Tennis ja Tennis Doppel bitte einmal mhm mhm und das letzte der vier Mauki hast du noch irgendwelche Wünsche? äh eins wo ich gewinne hm BMX ich weiß ja nicht warum Schwimmen nicht gehen sollte man muss halt bloß ähm was geht nicht? schwimmen schwimmen? dann musst du im Rhythmus muss man auf dem Controller oder muss man immer Stick nach oben irgendwie im richtigen Moment drücken das ist bei dir sind bei dir hat einzelne Tasten das ist einfach wie so ein Rhythmus Game also mit Rhythmus hab ich's nicht ganz so okay gut dann nicht ähm ich bin auch ganz mies im Tanzen und äh im Singen also wenn es das gibt dann bitte nicht kannst du FIFA? FIFA ich hab keine Ahnung was das ist okay jetzt geht's los Fußball meine ich achso Fußball Mauki du darfst am Anfang nicht alle Tasten spammen dass du die Tastenbelegung siehst damit's halt fair bleibt das ist ja bei jeder die sich viel anders ba 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 oder wir können ja auch Sachen doppelt nehmen dann würde ich sagen wir nehmen nochmal Hammerwerfen das ist nicht scheiße für Mauki aber ich meine ich kann Hammerwerfen ganz gut ja let's go du 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 carryst in dem Spiel carryst du okay dann machen wir noch einmal Hammerwerfen äh mit normalen Controls ich hab heute einen guten Gaming Tag Alter es tut mir so leid man ja zwei Jahre ja schaue immer wieder gerne rein ja wir starten jetzt okay ich hab Worms halt super underperformed ey ich werd jetzt äh immer vorher mal ganz kurz gucken wie die ähm wie die äh ja du darfst halt nicht durchspammen denn jetzt ja am Anfang was ist denn was müssen wir denn jetzt drücken da los ja da unten los da auf deine da ich muss da mit der ich muss da physisch ach hier start ist das okay sorry ich muss gar nichts drücken Team Blau oder ihr seid doch die Bösen ihr müsst ins rote Team hä warte mal ja so genau ich hätte mir auch noch irgendjemanden machen wollen weil ja hab ich doch gesagt man aber du sagst ja ich hatte andere Probleme okay jetzt haben wir das Problem dass du nicht da ein bisschen nach bist das kann ja so nicht funktionieren das kann ja so nicht funktionieren mann 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 oh Schongel aber seit dem seit dem letzten Gerangel hab ich Olympia auch nicht mehr gespielt ich auch nicht oh ich auch nicht Scharges sagt nix Scharges hat gespielt hab gar nicht früher Scharges hat einfach durchtrainiert komplett ne seit eurem letzten Gerangel hab ich auch nicht mehr gespielt hier mit Jen und so erste Runde ahem ich hab keine Ahnung wie das funktioniert du musst einfach rennen ach du scheiße okay wie ging das nochmal das haben wir geübt das haben wir geübt das haben wir geübt Mauki guck jetzt in deine Steuerung guck jetzt unten in die Steuerung hast du dann weiter gedrückt mhm Dizzy also ähm mit A startest du ja wenn es wenn es bald da ist ja und ansonsten musst du einfach nur A wie so ein Berserker drücken ach so ja das kann ich gut we can do it äh schließen und ähm ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit Gott sind das eigentlich andere Spieler da? ne das sind Leute und die C-Ottos oh das wird jetzt so ätzend sind ich bin bereit ich bin bereit sie ist so geil aus ein noch nicht so binnschnittiger zu sein die Vipa die Vipa auf die plätze startet du mit der audizy sobald es los geht ich bin gestolpert ansonsten wäre ich so weit 10 5 sie wollte hat schon gefragt ich habe einfach komplett verkackt ich dachte man am ende drücken gewonnen ist das nur ein durchlauf ist das nicht besser nee das ist ein durchlauf die ganze scheiße spielen wir einmal runter das ist ein durch so hardcore npcs hatte man das aber kommt dann überhaupt eine vernünftige wertung raus wenn wir alle keine satten mitteilen ja können wir nochmal von vorne machen und die npcs mal auf rum stellen nein nee komm ey ich habe das gewonnen hier von uns ja ist okay wir haben alle verkackt jetzt mal ernsthaft wir brauchen doch hier irgendwelche regeln die npcs kannst du nicht dümmer machen krass judo und das habe ich noch nicht gemacht ach das ist ja wirklich doof können wir dann schreibt mal mit chat dann schreibt mal bitte mit wir haben doch jetzt hier eine reihenfolge schangels lass das doch einfach laufen bagger das haben wir das haben wir schon die ganze zeit dass dir das gefallen würde wenn wir das so machen was denn ja gut ich bin viel beschissen in dem geber flug ja gut oh mein gott das ist ja richtig kompliziert deswegen da muss man nur halten was komite befreiung ehre was ja ja du musst nur so eine komische taste spämen und dann so da loslassen in so einem richtigen und vorher musst du so tasten drücken und dann musst du so sachen machen und es reicht fräulein runter ich weiß nicht dass man die npcs ausstellen kann eigentlich wäre das sinnvoll aber ich habe da ich weiß nicht ich habe keine option gesehen ne wahrscheinlich nicht aber das ist so bitter dass ich einfach nicht dass ich gestolpert bin ja du warst halt krass vorne ja richtig bitter naja was solls ok jetzt schweiz den meteoriten der meteorit deutschland die newcomerin ja ich hab's verstanden dass ich neu bin so wir treten ja gegeneinander an oh warte wir gehen erstmal voneinander weg damit du dich dran gewünscht weißt du deine zwei tasten zu greifen genau du hast hier A und du hast B ok ok ja dann wenn der Griff dran ist dann musst du halt diese Tasten irgendeine Tastesbänder ok ja ja boah noo wo du mich denn retten ja einfach dann machst das gut ok großartig in den roten in den roten was du musst oben in den roten Bereich du musst in so einen Bereich rein und wenn er nicht nicht gegen drückt dann darfst du nicht zu brennen sieht man ja ganz gut oh sehr gut sehr gut das gibt's noch nie oh shit noch die Sauerstauers weg jetzt muss ich gegen schag ist auch nicht mehr so richtig wie der bums geht wir sind nicht vergessen du hast uns ein special aber selbst den sinnvoll ein scheiße schag ist hat sehr viel aussah verloren ok ja ich glaube ja mal gleich mal testen wer das ist wenn wir einfach zurückgehen ja deine sehen doch alle so aus ja aber es kann ja sein dass du auch meine spielt ja aber auch versucht man nicht komplett dagegen zu spammen sondern zum beispiel gar nichts macht und er kann er hämmert verkackte alles ein bisschen damit er nicht diese felder da trifft irgendwie groß ist wahrscheinlich gedacht ich verstehe ich verstehe okay du musst gleich immer der gar nichts mehr ja muss theoretisch komme ich nur noch packen das ist doch super gut ich kann nichts dafür wenn schag ist mehr drückt also wir müssen aus den beiden bereichen entweder du wärst dich und 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 verbrauchst dabei sauf der ausdauer oder du wärst dich quasi nicht und hoffst dass der anderes verkackt aber eben ich dachte jetzt ich drücke mal nicht damit erst vielleicht verkackt aber da waren seine zwei bereiche so riesig dass er kaum ja bei der dich mit dem special gegriffen hat dann sind die bereiche glaube ich größer ach ach 6 tolle ja toll ab jetzt zählen wir das wohl das hat vorher auch gezählt nur vor dir sind halt leute schneller gelaufen dann gibt ja ein bisschen mühe oder wenig so eine mauki wie geht es so machen oh mein gott äh ijkl irgendwie so ach du schaue okay und mit der maus helft man das oder was mit der maus machst du gar nichts du musst ähm r und u benutzen für den hammer und dann ijkl also die r und u sind die haltetassen und mit ijkl machst du den kreis ijkl immer so in die runde das ist äh anders scheiße aber r und u muss man den pinken bereich loslassen ja das wäre das beste okay also die drehung der lilane bereich loslassen aber warte warte wo ist denn der lilane bereich ich dachte das ist pink hä man muss doch auf den dings hier auf den nummerblock ne irgendwie nicht das ist ganz weird doch hier steht drehen und wir stehen ja probier es wird nicht gehen also du bewegst den 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 kreisel mit ijkl ja die lila oh mein gott das ist so schrecklich das pink ist bei männern generell lila okay verstehe oh mein gott das ist so schlimm das ist super das ist total gut das ist ja das ist ja das ist ja wie hast du 81 geschafft jahre im hals gut Mann loll stark es geht tatsächlich wirklich wenn man man kann da nicht ganz so schnell wenn man man muss aber glaube ich immer muss abrollen so praktisch krass okay we can do it ich bin ich benutze So, man sieht's ja auch, welche Kontrolle. Hau! Weil du musst ja mit R und U festhalten. Ja! Ich bin so stolz auf dich, Chagas. Ohne Scheiß. Da spuck ich ja weiter. Na, 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 na. Jetzt ist man nicht so frech hier. Da spuck ich ja. Oh, Toro, das ist echt also... Ja, das kriegen sie... Wie? Hau! Krieg ich nicht hin. Okay. Ach, dann gibt's das. Schade. Egal. Der erste war gut. Ich bin mies darin, diesen Punkt zu treffen. 25. Das wird von Versuch weniger, Alter. Ich weiß nicht warum, aber ich hab immer 56. Ich hab halt jetzt das Glück gehabt, dass ich halt wirklich auch über den NPCs war. äh, dass es hier noch eine Medaille gibt, den Bums. Ich hab einen neuen Rekord, cool. Ja, damit seid ihr jetzt aber auch echt ganz schön weit vorne, glaube ich. Oh, es geht. Ein Punkt haben wir auch. Holy shit, Chagas. Nice. Sehr gut. Ach so, 56 ist halt dein Best. So ekelhaft. So ekelhaft. Ja, spüre meinen Schmerz. Ja, aber nachher gibt's ja noch mal eine richtige Runde. Hammerwerfen mit Kontrolle. Vierte Runde. Ja, laut Anzeige hast du nur Halbkreise gedreht. Ne, ich hab, das Problem ist halt, Oh, kacke, ich hasse Weitsprung. Mit der rechten Hand Weitsprung. Dizzy, wir kriegen das hin. So, jetzt ist wieder Controller laupt, ne? Nur noch mal so zu Qualstellung. Okay, natürlich. Ja, ich muss mir erst mal die Steuerung angucken. Ja, oh Gott, was muss ich denn drücken, wenn wir den Stick da so schräg drücken müssen? Ja, leck mich doch an meinem Arschloch. Was ist das denn, bitteschön? Was ist das denn? Was sollst du denn drücken? Keine Ahnung. Was steht denn da? Äh, 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 äh? Äh, 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 äh? Ich hab ja gar kein Internet. Ich bin im Flutgebiet. Was? Controller ist weggeschwommen. Nee, aber, äh, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir nur einen Controller holen können. Leftstick, also W-A-S-D. Vielleicht hast du rechts hier. Irland. Irland. Aus mit L. Leftstick, also W-A-S-D. Äh, was? Beschleunigen und dann was da, was ist ein Sprung? Boah, Vater. Boah, wie's verkackt. Ja, sprungel. What the f... Mauki. Oh, was? Oh, Mauki ist gesprungen. Mauki ist gesprungen. Ich hab's geschafft. War W-A-S-D. Danke. Wie weit, wie weit, Mauki? Wie weit? Äh, keine Ahnung. Äh, äh, da waren so viele Zahlen. Ich bin geradeaus durchgelaufen. What the f... Nee, Mauki hat übertreten. Ja, wollte ich... Ah, okay. Ist das kein Best-Druck-3? Doch, sollte er eigentlich sein, oder? Nee, ist das... Nee, das kommen drei Sprümer. Ja, das Problem ist, ihr drückt halt die Grenzzeit immer nicht ready. Okay, aber ich weiß jetzt, wie's geht. Oh, nein! Oh, der war gut! Ich weiß nicht, ob ich übertreten habe. Hab ich? Fuck! Naja! Hat's geschafft. Hä, wieso ist mein Winkel denn? Ja, ich verstehe das auch nicht, wie sie das super weird hier. Hä? Hä? Ich versuch's nochmal. Winkel ist... Winkel ist zu hoch. Ich hab keine Ahnung, wie man den Winkel korrigiert. Den Steuerungstasten... Müssen wir noch zwei Leute drücken? Oben und rechts, glaube ich, oder? Kann das sein? Erstmal klatschen, hier. Oh, ich darf jetzt klatschen. Äh, ich will nicht klatschen. Können die mal aufhören? Oh, fuck, Mann! Nice. Mit alle hab ich für uns! Nice. Schon wieder Winkel Null? Wollt ihr das was? Ich bin relativ schnell, aber ich kann den Winkel durch die Tastatur nicht treffen. Ich glaub, ganz letzter bin ich nicht. Hast du nicht einen Sprung gelandet? Doch. Doch, doch. Oh, fuck! Toro Erster! Mist! Fuck! Oh, nee, der hat jetzt tausend Punkte hier rausgeholt. Das ist so doof mit diesen NPCs, ey, ohne Scheiß. Kann man das? Weiß das jemand im Chat? Kann man die NPCs komplett deaktivieren? Ich glaub nicht. Oh, zwei Punkte vorne. Ist auch immer ein enges Hülschen, wenn man das spielt. Oh, jetzt kommt Schwimmen, glaub ich, oder? Habt ihr Schwimmen gehabt? Nee, Hürdenlauf. Hürdenlauf? Hürdenlauf? Okay. Oh, das sind doch alles und das sind wie die gar nicht. Du musst ja nur das richtige Timing haben, Mann! Oh, Gott! Warum hab ich das gewählt? Mal gucken. Also, es ist wie sprinten, du musst die Taste drücken und dann immer vor auf diesen leuchtenden Feldern, das sieht man schon, einmal nach oben drücken, was auch immer es bei dir ist. Du musst aber diesmal nur eine Taste sein. Warum sehe ich jetzt hier nichts? Ich kann keine Steuern reinkommen. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt kommt's. Das ist nicht gut. Ah, mit einem L-Stick müssen wir springen, okay. Ja, heute, also, heute ist es auf jeden Fall, bei mir bin ich einfach nur da. Ich bin scheinbar nicht so ein guter Gerangler heute. Performe nicht so gut. Ich lerne gerade ein Spiel neu kennen. Ich fühle das. Keine Sorge. Ja, das geht mir auch oft so. Ist das wieder auch nur ein Durchlauf? Ja, alles ein Durchlauf. Hopp oder Top? Ich finde es auch geil, wenn der Benutzer definiert, der einfach machen könnte, dass es drei Durchgänge oder so was. Ja, okay. Na ja, ich glaube nicht, denn... Ach, so schön. Und dann... Ist das wieder nur ein Durchlauf? Das ist... Na, na? Ach, komm, Toro, was ist denn mit dir? Also, ich habe fast... Den habe ich rausgerissen. Ich habe fast alle mitgenommen. Ja, bei mir hat es bei den ersten zwei funktioniert und dann hat es überhaupt nicht funktioniert. Ein mitgenommen, dann wäre es auch besser. Ah, damn. Es wäre halt echt cool, wenn... Kommt ja noch ein ganzes Spiel danach. Ja, ja, ja. Bei Tennis könnte... Oh mein Gott. Ist mal nicht zu spät drücken. Ja, danke für den Tipp. Und wir mit unseren fetten Körpern wieder die Bälle abprallen lassen. Meinst du, die haben Hitbox, je nach Körper? Ja, haben sie. Ja, haben sie. Du kannst... Also, letztes Mal haben wir uns die ganze Zeit den Rücken geschlagen. Die meisten Spieler haben ja eine Universal-Hitbox, egal wie dick oder dünn der Charakter ist. Okay, Dizzy, wir können das machen. Komm schon. Ja. Wenn wir das kriegen, dann haben wir sie. Was kommt denn jetzt danach noch? Danach würde, glaube ich, nur noch Hammerwerfen kommen. Ja. Bin ich... Oder? Ja, kann sein. Wir müssen die hier erschlagen. Oh, Hammerwerfen habe ich nochmal die Chance. Danke an euch alle. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus. Peace. Schubi, du. Lass die Wiebe in Ruhe. Warte, warte, warte. Wie müssen wir annehmen mit A? Okay, also klar. Wenn der Ball... Sind bereit. Wenn der Kreis nicht schließt, soll ich nochmal drücken, Maki. Egal. Dizzy. Dizzy. Was tust du denn? Dizzy. Was machst du denn da vorne? Schau dir das. Du kriegst ja nicht einmal. Entschuldigung, ich hab... Was soll ich tun? Was machst du? Jetzt nimm den an. Schön. Ich hab alles gegeben, Koro. Ich sag ja, ich bin heute nicht so an dem Flieg. Ich weiß nicht warum. Du musst jetzt abliefern. Stell dir einfach vor, du bist nackt. Hab ich. Ich weiß gar nicht, was ich letzte Woche Sonntag scheinbar für eine Eingebung hatte. Oh, nie. Oh, komm, komm, komm. Okay, noch. Oh, krieg den doch. Oh, doch, doch, doch. Oh, nice. Ja! Ja! Nee, da war er! So hat mein Typ vorher schon... Ich hab's zu früh gedrückt. Jetzt hätte ich den easy direkt deflected. Nimm ich, nimm ich. Nein! Es tut mir leid, Mann. Ich spiele das, Dad. Ich erdgeg mich an. Deswegen geh ich halt immer nicht sofort ans Netz. Ich muss ganz ehrlich sagen... Oh, der kommt schnell. Hab ich. Oh, Mauki, mach. Oh, ja. Nice. Einstand. Ist er ruckelt? Das ist bei mir ganz so. Ja, ist ein bisschen ruckelig. Fast zum Kuckuck. Oh, gut. Nein! Vorsicht, Dizzy. Nein! Ball rein! Oh, Leute. Stark, stark ist krass. Der war schlimm von mir. Der war nicht gut. Spielball! Hey, Dizzy. Das kriegen wir hin. Na klar. Oh, schön geholt. Los. Nein! Nee, nee! No! Oh, mein Gott. Aber wie ist das hier? Kriegt der Verlierer automatisch Silber? Wahrscheinlich, ne? Nicht gar nicht. ich glaube wir müssen noch ein einmal ja ich glaube das ist so ein bester wenn wir das jetzt gewinnen dann geht es in entscheidungsmetz okay ich verstehe toros empörung in der stimme absolut zu recht auch absolute alle ja das war ganz allein mein fehler du hast auch noch einen aufgeladen der netz die taten ja der netz die taten ich habe mich doch was war das du habe ich habe ich habe ich habe ich das hat wenn man im osten groß geworden ist da kennt man sich aus mit grenzen das wird man an der grenze mit seinem leben da wie so ein torwart am netz ok jetzt geht es um die wurst jetzt geht es um die wurst ja da kann alle schätze mal klatschen das war das war strich das war strich ordentlich der wird er macht wie man solche scheiß aufschläge pass auf ich war so verfehlt die punkte war bei b und du vorne das immer angenommen und ich so was macht er da fach ich musste auch ich habe ich okay stark Nein. Scheiß Fickfotze. Du schaffst das. Vorsicht. Der wird uns wieder verarschen. Oh der Schack. Nein. Da hat Schack es einfach instant die Antwort zugehabt. Das war ekelhaft gleichständig hier. Eierstand. Oh das musst du? Habe ich. Oh der ist gebaut. Oh wunderschön. Nach links. Nach links, nach links, da kommt der Leute hin. Gets. Und dann macht der so ne 5 sekündige Animation. Spielball. baby neben haut dann macht es so eine lange ich bin echt gerne in den hammerwurf reingekommen ja können wir immer noch kommen nicht mehr ran das ist glaube ich nicht machbar tennis haben wir einfach abgeliefert weißt du in den teamsportarten sind wir einfach warte mal das ist noch nicht vorbei noch nicht vorbei wir sind noch nicht durch kurze frage wie macht man diesen spezialschlag das steht unten bei dir beim charakter wie du den macht ja ich habe wirklich keine ahnung ich bin weg ich habe keine ahnung wie man den spezialschlag ist okay ist okay wichtig ist das solide annehmen von was auch immer die da machen denn es sind wir halt einfach ein richtig dynamisches duo so ja aber mit er hat es nicht funktioniert deswegen was was ich hasse tennis mensch mal sehr gut das ist richtig moment dann machst du so richtig ein rein ach ne im moment ist ja dieser oh Gott nein nein keiner nein 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 In Tennis macht uns keiner was vor, Leute. Nee, das stimmt. In Tennis seid ihr absolut, das ist euer Ding. Solltet ihr vielleicht mal überlegen, karrieremäßig ein bisschen mehr in die Richtung zu steuern. Nee, Granaten waren heute nicht unser Ding. Aber diese Granaten schon. Aber Toro, dann lass uns doch mal hier Mario Tennis machen, das ist gut. Gutes Spiel. So, ich glaub, wir gehen ins dritte Game, würde ich sagen. Ach, seufz. Naja. Ich sag mal so, ich bin sowieso froh, dass ich irgendwas getroffen habe in Tennis. Beim ersten Mal spielen sah das nicht so aus. Brauchen wir für das andere Game einen Controller? Äh, das können wir gleich einmal ne Testrunde machen, damit wir uns gleich warten. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus. Peace. Warte, ich hab nur noch mal Mix-Wählen gemacht hier gerade, um zu gucken, was man hier einstellen kann. Ich bin schon raus. Äh, ne, wir machen ja noch nix mehr. Ich hab hier das neue Game schon... Man kann genau nix einstellen. So, das wollte ich auch noch mal gucken. Danke Spiel. So, ich fitte mal kurz die Katzen. Oh, Dedalick! Ja, ich muss nochmal richtig gut sein, damit ich so richtig hart performen kann. Das kann man so voller Blase nicht. Oh, ich muss auch mal richtig krass pinkeln. Ich muss auch, also muss richtig laufen lassen. Weil wir kommen schon an den Achseln raus. So ein gelber Fontene... Alles klar? Bin gleich wieder da? Mhm, 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 mhm. Gut, dann bis gleich. Oh, Loll, 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 Loll. Ah, holy shit. Please find your full private police blah 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 blah. Confirm. self-komm unit. Deutsch. nach rechts d nach a links w rückwärts springen schleudern springen kleben ach du scheiße also das ist kein controllerspiel da wurde ich wieder so dann fliegen wir mal zum finish guten tag ja so fliegen wir zum finish auf jeden fall dips auf den apfel wurm dips auf die eichel linker charakter ist das nicht komplett bumms also wir machen dass das jedes duo spielt ein ein doppelsling also ich meine ein zusammen genau machen wir das jetzt also wie hast du uns eingeladen oder oder machen wir wieder so eine lobby auf was hat er jetzt gemacht standard wiederherstellen ok rennen müssen wir glaube ich gleich machen also left shift e und space ok aber man kann das mit controller spielen man kann es glaube ich mit beidem spielen nur wie war das nochmal was meintest du noch mal welchen 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 gutstaben hast du gedrückt und da left alt bin ich entweitet weiß ich nicht so ich mach mal auf weil toro sollte nicht aufmachen ja so mhm mhm raum jetzt bin ich ja mal gespannt ja warte mal ich lade euch ein da hab ich dich jetzt eingeladen ja 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 so habt ihr alle gekriegt ja ansonsten ja das sollte auch funktionieren ja ansonsten ey also ich weiß nicht wie das mit dem kontor weg der kommen mein team ach seid ihr die blau wo die blau sein skandal so tauro rüber da ich bin doch wo denn ach so mann ist ohnehin blau und rot ok na ist scheißegal hä tut ihr doch ne was macht ihr denn da kommst du mir rüber zu tauro oder umgekehrt oder keine ahnung tauro komm da oben rein jetzt hier gehst du nicht mann so mach wieder rüber ja genau und jetzt bestätigen ja ah jetzt haben wir's ja hey der wurm hat den wurm gedipst Dizzy ich bin ich bin die Bombe nimm du irgendwas damit wir das unterscheiden können verdammte scheiße ist das laut ey nimm die Schnecke du musst aber irgendwas ohne schleusen die musik ist zu leise ich werd die doch nicht lauter stellen ok ich nehm die Biene die ist doch schlimm die musik geil ich hab keine ahnung was wir machen müssen also ecklich diese musik man kann ich hab gar keine ahnung was wir hier machen müssen wir können stopp 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 wir machen jetzt das tutorial level und das ist außerhalb der wertung ok dann lernt ihr alles und das ist nicht wir werten das jetzt nicht also dann ist alles super duper fair ok 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 und dann müssen wir euch auch nicht weiter belügen dass wir das noch nicht gemacht haben ok Dizzy pass auf ich versuche mal links zu sein du rechts und wir lernen jetzt erstmal wollen wir das schon als Rennen machen wollen wir die derbe fertig machen wir müssen jetzt erstmal hier üben warte mal warte mal ich bin die Biene ne Dizzy ne ich bin die Schnecke warte wir rollen jetzt erstmal nach warte 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 ah spring Dizzy ja aha man kann sich gegenseitig wegbumsen ach krass wenn wir gemeinsam springen auf drei eins zwei drei ne nimm mich mit ja 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 alles gut geh durch da perfekt nimm mich mit super wir holen auf wir holen auf sehr gut ah das war ein Sprung das war ein Sprung Momentum und und jetzt ah ja wir haben Momentum wir haben Momentum komm Junge komm jetzt ja oh shit warte warte wir müssen kleben halten ok NEIN du bist da unten ok what the fuck ich bin da bin da easy ok RT ist kleben ok jetzt lass uns los was ist kleben RT fack fack ok warte da ran spring einer spring kleb wie ist kleben verdammt ok ich gebe lass los lass RT los ok du hast ich nehm mich mit go 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 ok ja oh shit oh oh jetzt wird es schwierig jetzt dürfen wir eh nicht ah ok 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 nehm mich mit und jetzt steuert er mich glaube ich oder hui hui ja lass los hui ich los 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 fling mich ja ja komm komm hier geht den fling mit x nein 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 was machst du da her nein ok ok du musst spannen nein spannen weg 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 du musst anlauf nehmen ja toll du warst fling ok und spring ok und spring spring und spring ok ich hab dich ja dann musst du flingen mit x ok warte mal warte warte jetzt jetzt zurück roll zurück fling mich fling mich fling mich ja und los ich stecke ich stecke ok warte ja du ok warte warte nochmal ja ok ja geht komm ach lass los sehr schön sehr schön warte ok warte ich geh rechts ich geh rechts du bleibst links bleibst doch so ja nein ich hab dich gerettet oh brudi was ist das für ein game das spiel ist so witzig oh mein gawd was du warst disconnected was die verbindung deines partners wurde getrimmt die ist rausgeflogen ich glaube ich wurde gerade rausgeschmissen ja aber das ist gut dann machen wir nochmal beenden weil ich muss die musik die musik ist ja viel zu laut ich mach neu auf wie geil ist das game denn ey ja das ist mega ich wurde rausgeschmissen ja ich mach neu ich mach komplett neu ok musik ein bisschen leiser sonst hören wir hier ich hab gar keine musik an du oh die ist aber gut die musik hab schon aus dem war super ich müsste euch alle eingeladen haben ansonsten ich kann euch den raumcode sagen achso lol ich bin halt einfach mal ich idiot ach alleine in ein game reingegangen wie so ein toddel ok ich bin die wilde biene warte da ne ja ja das ist richtig ok warte ich bin wieder die eichel wo ist die ja ich musste gerade das game ändern sorry da stimmt hab ich das game geändert holy shit doch ok ok jetzt geht's um die wuhe alles oder nix alles oder nix alles oder nix also wir spielen jetzt drei runden oder was nee drei drei ich würde nicht bei einer belasten weil wir sind ja alle ganz neu okay das ist dumm also wir wollen auch ein bisschen Spaß haben ne außer denn ihr habt jetzt krasse Termine am Arsch ähm best of best of five best of three würde ich sagen best of three dann kann es nach zwei runden theoretisch schon bei sein yes wir gehen rein Toro ja baby jetzt wir legen jetzt richtig los haben wir uns geeinigt best of three mhm gut und dann geht das los ok maoki come on Toro wir lassen das jetzt so come on baby you can do it make it happen with me vorsicht leser überall scheiße ja scheiße sieht das schrecklich aus das sieht toll aus ja ich bin bereit ok let's go baby let's go baby let's go und jetzt jetzt rechts lang oh nein wir schwitzen ich bin ganz ja da Senti kann man auch ja flink oder so ja ok links 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 ah wir gehen hier rein ne halt nicht links ok wir gehen nicht rein doch wir gehen rein ok links 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 ahhh links 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 ahhh sehr gut sehr gut wir bleiben links ja ok ok ist aber gut ich hätte auf dich hören sollen dass du links gesagt hast so jetzt links aber ne links 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 ok auch noch weiter links ja oh tmt ja oh t Mirat na ja du bist da Mitte durch Mitte durch Mitte durch Mitte durch hoch 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 Moment du bist da rechts 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 swimming Da Ja, Moment, du bist da! Nein! Rechts. Okay. Mittig, mittig. Und hoch. Mittig, mittig. Oh, Moment, du bist da! Mittig, mittig. Ah! Komm zurück! Flink, 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 flink! Egal. Let's go. Okay. Da sind wir wieder. Flink mich hoch! Okay, ich bin da. Hol das Geschenk! Okay. Oh, wir sind durch, wir sind durch. Nein, 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 komm mit! Mange, komm mit! Sehr gut! Zieh mich! Oh, Bruder, ich hab dich gerettet, alle! Der redet, sehr gut! Okay, wir müssen jetzt flink. Warte, ich springe. Okay, ich hab dich. Stretch an. Warte, warte, ich muss warten, bis ich spanne. Oh, perfekt! Zieh mich hoch, Baby! Halt die Schnauze, du musst mich fern! Ah, verrückt! Ich mach fest! Nee, du machst fest! Richtig, richtig! Spring, spring, spring! Flink, 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 flink! Flink, 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 flink! Okay, halt dich! Okay! Flink! Jawohl! Und spring! Ja! Flink, flink, flink! Einfach rüber! Einfach rüber! Einfach rüber! Rüber! Oh, Rudi, was macht? Flink mich hoch! Halt dich fest! Warte, 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 warte! Okay, weiter, weiter, weiter! Okay, direkt im ersten Level! Ich glaub, die wollen halt nicht springen! Jetzt! Jetzt! Oh nein! Haben wir, haben wir, haben wir es! Kein Problem! Nein! Nein! Okay, nochmal, let's go! Okay, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm! Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm! Pass auf, das ist ein Laser! Ist ein Laser! Das kann ich! Lass los, lass einfach los! Wir machen neu! Ich? Ich das TNT? Okay! Was machst du?! Oh! Tyro, was war das denn? Ey, wir haben so eine scheiß Feder! Einfach durchhalten! Wie gesagt, Maupen, wenn du höher bist, lass dich dann daran! Immer kleben! Uff! Busy! Mann, wir waren doch schon durch! Uff! Mann, wir waren doch schon durch! Dieser Scheiß Laser! Dieser Scheiß Laser! Er wartet mal nicht in Level 1, ne? Nach dem Tutorial! Ohne Scheiß! Hab ich wirklich nicht erwartet! Vor allen Dingen so dünne Gänge und dann noch Laser! Da ist es mir beschlossen! Oh Gott, was ist denn jetzt los? Okay, wir springen direkt auf den Mittleren da, ne? Ja, ja, ja! Und nie fliegen, wenn du unten bist! Okay! Lissi! Oh! Ne, du hast mich! Warte, warte! Ja! Ja, ja! Warte, fliegen! Warte, fliegen! Haben wir! Und rüber! Warte, 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 warte! Vor! Spring! Okay! Warte! Ich hab dich, ich hab dich! Komm! Ich! Warte, ich! Warte! Okay! Let's go! Fliegen mich hoch! Nice, haben wir! Okay, warte, warte! Halt dich! Oh shit! Hast du eine... Ach! Klebst du? Ich klebe! Okay! Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Oh! Oh shit, warte! Warte, nee, ich muss anders rum! Oh, warte! Hab ich? Halt dich! Hab ich, hab ich, hab ich, komm! Oh! Alles gut! Okay, lass los! Ja, fliegen! Warte, warte, warte! Jetzt! Nice! Hier hoch! Okay! Jetzt! Sehr gut! Let's go! Wir müssen längs ran! Warte, warte! Ich sehe nicht! Toro weiter! Okay, ich hab dich! Ich hab dich! Lass los! Lass los! Lass los! Lass los! Warte, nochmal flink! Warte! Jetzt! Oh, scheiße! Okay, lass hoch! Okay! Warte, warte! Du machst da hinten! Runter! Runter! Ey, ihr Schweine mit der Feder! Jetzt noch keine Feder! Jetzt halt dich fest! Okay, lass los! Warte! Ah, schwinge die! Ja, jetzt! Ja, jetzt! Halt dich oben! Halt dich! Hängst du? Hängst du? Wo hängst du? Geh rüber! Geh rüber! Warte, ich muss höher! Ich muss höher! Ich war zu weit! Ja, hab ich! Oh, komm hoch! Warte! Du musst auch ein bisschen lenken, wo du hinspringen! Okay! 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 Scheiße, wie wir es in den Golfball reinmachen! Damit das aufgeht! Ja, ja, ja! Ich komm schon! Ah, warte, mein Fehler! Hoch festhalten! Okay! Jetzt flink! Flink, flink! Mein Gott! Was machst du? Was machst du? Na, jetzt! Warte! 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 Oh, spitze! Jetzt! Ja! So! Hoch, hoch, hoch! Ich bleib links! Ich bleib links! Oh, man! Oh, man! Warte! Alles gut! Nee, das war nicht! Einfach nur laufen! Wir müssen rüber, rüber, rüber! Flink mich! Warte, warte! Scheiße! Oh, du hast mich da hinten gepflegt! Wir haben noch ein Geschenk! Halt dich da drüben fest! Bleib, 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 bleib! Ja, halt dich! Ja? Komm rüber! Okay! Hab ich, hab ich, hab ich! Lauf, 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 lauf! Okay! Go, go, go! Was versuchst du da? Ja, hab ich! Okay, lass los! Wir müssen doch einfach links! Jaaa! Einfach geradeaus hoch! Gottfucker! Warte, 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 warte! Nicht die scheiß Dinger! Und spring! Okay, okay! Jetzt flink, flink, flink! Und spring! Warte, zieh mich hoch! Warte! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Okay, häng gerade! Oh! Baby! Baby! Ah! Geil! Schnecke und Beanie immer! Okay, okay! Nächster wird wieder unserer sein! Gott, haben wir das verkackt, ey! Diesmal ja! Also, nochmal! Du darfst nie flink drücken, wenn du unten bist! Das ist ganz, ganz schlecht! Warte mal! Wenn du flinkst, ziehst du mich zu dir! Das heißt, wenn du unten bist, reißt du mich in den Abgrund! Aber wenn ich doch an der Seite dran klebe und dann flinge! Oh! Okay! Das ist kein Problem! Kein Problem für uns! Wir bleiben stick together! Ja! Okay! In der Mitte und los geht's! Und spring! Moment, du! Moment, du! Moment, du! Warte mal! Jawoll! Warte, ich... Oh, Quatsch! Wir sollten am besten da ganz easy durch! Oh! Das ist langsam durch! Okay, 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 okay! Oh! Nee! Wir müssen ganz langsam durch! In der Mitte durch! Los geht's! Guten Tag! Bei euch auch so gut wie bei uns? No! Bei uns ist das auch gut! Einfach in der Mitte durch! Ah! Hab ich, hab ich, hab ich! Hast du mich? Ich hab, ich hab! Danke! Okay, warte! Los, 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 los! Du musst noch ne Runde! Du kannst nicht sein! Das ist schlecht! Das ist okay! Das ist okay! Hab ich, hab ich, hab ich! Okay! Jetzt! Halt dich fest! Wir müssen das tun! Warte, warte, warte! Und los! Maka! Ich krieg ein zu viel! Okay, bitte! Okay! Warte, das ist geschehen! Nein! Okay, doch, doch, doch! Hab ich, hab ich, hab ich! Ich hab flingend! Wir haben Ballons! Flieg, flieg, flieg! Okay! Okay, ihr müsst jetzt hier kleben! Flieg hoch! Flieg hoch! Ich weiß nicht, wie das geht! Maka, ich weiß nicht viel! Fling mich! Fling mich! Ja, okay! Okay! Okay, ich fling dich beim nächsten Mal noch! Wir müssen nach rechts, Dissi! Warte, warte, warte! Lass mal los, Dissi! Ja, hab ich! Jetzt! Ne, nochmal, nochmal! Ja! Warte, lass los, Dissi! Mach Spannung! Ja, hab ich! Jetzt oben festhalten! Hab ich! Hab ich! Und fling! Nochmal! Ja! Okay! Fling! Ich bin da! Ja, 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 ja! Was für eine geile Karte, Alter! Dissi! Ja, alles gut, alles gut! Alles safe! Ballons! Oh nein! Oh! Was ist das denn? Scheiße! Okay, Dissi! Wir müssen easy ziehen! Was ist jetzt? Nimm das noch mit! Nimm das noch mit! Nimm das noch mit! Perfekt! Warte, warte, warte! Geradeaus! Und jetzt noch mal rechts! Halt ich fest! Oh Gott! Flingen hoch! Warte, jetzt! Lass los, lass los, lass los! Ja! Komm, spring! Ja, ich hab nichts! Ja, okay, okay! Einfach springen! Ja, weg! Okay! Okay! Du bist hier drüber, einfach drüber! Einfach nur springen! Einfach nur springen! Warte mal, warte! Nee, warte, warte, warte! Was müssen wir hier machen? Wir müssen da springen! Ja, okay, warte! Wir müssen die Dinger fliegen! Nee, wir müssen die Dinger fliegen! Ja, ja, ja! Okay, let's go! Da! Da! Ich seh nix! Okay! Okay! Okay, wir haben... Okay, sehr gut! Okay, los, 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 los! Und wieder! Hopp! Ja, Hauptsache im Gleichen! Oh, schnell! Halt dich fest! Halt dich fest! Nein! Ich komme, ich komme, ich komme! Ich komme, ich komme, ich komme! Oh, fuck! Nee, nee, warte, warte! Oh! So ist gut! Jetzt du! Ja, warte! Was? Lass los! Habe ich! Oh, sehr gut! Weiter, weiter! Okay, okay, okay! Und Hoppi, 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 Hoppi! Okay, wir müssen den Hebel umlegen! Jo! Ich geh vor! Ey, ihr Schweine! Was war gerade? Haben wir euch gerade? Springen! Komm, wir holen das Geschenk! Seht, die kommen hier zurück! Ah, okay! Okay, weiter, weiter! Oh! Nein! Ist alles gut! Da rein! Vorsicht! Warte, wir haben den Laser! Oh! Oh! Oh, yeah! Eww! Wie lange habt ihr noch den Laser, ihr Schweine? Springen! Oh, mein Gott! Halt ihn fest! Flink, flink, flink! Okay! Springen! Sind die schon vorbei allein? Nee, nee! Halt ihn fest! Habe ich! Flink, wir müssen den... Halt ihn fest! Halt ihn fest! Ich kann nicht! Diese verdammten Scheiß-Ballons! Ja, jetzt zieh wieder die Scheiße! Komm! Rechts, rechts, rechts! Ja! Geh, 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 geh! Mitte, bitte, bitte! Mitte, bitte, 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 bitte! Warte, halt, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab! Nein! Halt ihn! Halt ihn! Fling! Baka, was ist mit dir? Du sollst nach vorne gehen! Oh! Halt ihn! Zieh mich! Fling! Oh, schön! Oh nein, wir haben uns auseinander! Oh, scheiße! Okay, 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 okay! Okay, okay, okay! Okay! Wir sind in der anderen, oder? Okay! Rechts, rechts! Oh! Was los? Ja! Okay! Stark! Bindlich, stark! Oh, da ist es! Da ist es! Da ist es! Im Endspurt, yes! Tommo, wir haben's, wir haben's geschafft! Wir haben drei in fucking Folge geworden, Alter! Der Spaß ist vorbei! Schade! Hä, waren's Eier? Stimmt, es waren ja drei! Wir waren so knapp! So knapp! Das ist so bitter! Alter, wir haben's halt endlich noch aufgeholt! Boah, das ist so bitter! Die Würfel haben uns gekillt! So bitter! Wir waren so knapp vor dem Ding! Ah! Ah, scheiße! Ich finde, wir machen jetzt noch Ehrenrunden hier! Eine Ehrenrunde bin ich noch dabei, ja! Kannst du auch mit Ehrenrunden sagen, dass der Best of Three und soll hier noch weiterspielen? Wenn wir das dann fallen! Nach links, der See! Oh, oh! Ich hab'n Kaktus am Arsch! Lass, das ist unser Kaktus! Dissi, Vorsicht! Der hebt mich hoch! Nein! Das ist Schreibtanz! Dissi! Ich glaub', die kann man nicht loswerden! Doch! Aber ich nehm' sie jetzt einfach mit! Nee! Ich schleun' anspringt! Wow! Dissi, nach rechts? Ja! Hier, da! Wohl, komm doch runter! Warum gehst du denn in die Kaktus da rein? Ich seh' das schon! Wir spielen uns weiter, ziehen die jetzt hier ab und dann heißt's aber... Ne, wir haben gewonnen! Da haben wir ja sowieso! Wir haben ja schon gewonnen! Wir haben ja schon gewonnen! Oh! Ja, easy! Ah! Oh! Warum bin ich so hoch? Danke schön! Warte mal, ich bin mit dir! Ist das okay? Pass auf! Ja! Zieh dich jetzt gleich! Wir sind durch! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Stop! Wir haben Federn! Oh, ich will mal hoch! Momentum aufbauen! Warte! Und... Go! Oh shit! Schön! Und... Jo! Oh nein! Wir sind zu fett! Entschuldigung! Warte, wir müssen die nächste nehmen! Okay, jetzt haben wir keine Federn mehr! Wir müssen warten! Okay, okay! Nein! Wir haben keine Federn! Ich hab' beschleunigt! Müssen wir lang! Mauki, wir müssen springen hier rechts! Wir müssen da oben hoch irgendwie! Ja, wir müssen ja kurz! Wo müssen wir denn? Ich glaube, wir müssen hier rechts! Ja, sehr gut! Okay, warte, Lisse, ich springe! Warte, ich springe! Danke! Uh! Spring! Oh! Spring dich! Okay, pass auf! Pass auf! Hier rein! Okay, das sind Lasers! Und los! Lasers sind schlecht! Lasers! Oh! Oh! Scheiße! Aber ist okay! Das ist ok! Oh! Es geht hier rüber! Oh, oh! Oh, let's rechts bleiben! Gut! Kann man beschuldige Wildenabkürzungen nehmen! Komm, hier gehen wir! Achtung! Und 3, 2, 1, los! Sehr schön! Okay, ich zuerst! Werte sie? Anlauf! Und los! Und spring! Okay, ich... Ach, danke! Ich kann den denn hier den Weg aufmachen oder was? Toll, hem translang! rüberspringen ich kann dich nicht flinken ich saß doch auf mir drauf was dann ist alles gut ziemlich ja 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 guck dir an was aus uns geworden best of five auch einfach noch wegrasiert hinterher das war immer so die sind ganz weit hinten und plötzlich holen sie auf meine damen und herren es ist geschehen der dritte sieg in folge in gerangel in der jungle ich möchte eine sache nur erwähnen ja ja ich war gar nicht so bad dafür dass ich zwei spiele nicht kannte und in einem echt scheiße ich dachte jetzt kommt sowas wie du möchtest da sehe ich uns auch mit acht teams oder so ja da sehe ich uns auch ich glaube vier ist Maximum vier teams ist Maximum oder vier acht spieler vier teams genau ach ganz ganz wir haben es geholt ich finde das auf jeden Fall sehr cool Toro also Worms stark gecarried heute olympische Spiele stark gecarried heute war gut aber man muss auch sagen Bauki für Tastatur in Olympia einfach richtige Rakete auf jeden Fall äh und Shuggles halt naja Worms ist Shuggles halt Shuggles ne das ist halt ESL Pro Series aber das hat richtig gut geklappt also vor allen Dingen eure Idee mit der Granaten mit den Granaten war 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 spitze das war so scheiße das hat richtig Spaß gemacht da hat es einfach nur um Sprüge da hat es wirklich nur um die Sprünge weißt du so Cluster-Grenaten wäre ja vielleicht noch witzig gewesen ach komm und das dann mit so Kieseln beregnen ja das war schon geiler hier das ist wirklich gut also das würde ich auch gerne so nochmal zocken was Kanada only äh ne Flingfischding ach Flingding Flingding Flingering Ding Dong geilo das hat sehr viel Spaß gemacht ich würde mich jetzt aber verabschieden mach das natürlich hin mach das Dizzy das war so lustig mit dir danke dass du mitgespielt hast mit mir nicht oder was Mauke ne mit Dizzy hab ich bisher einmal in meinem Leben gespielt und danach hab ich nie wieder gesehen okay und er war plötzlich weg das ist immer so er ist immer weg das stimmt und deswegen genauso wie jetzt genauso wie jetzt oh so weiter bist du okay ich muss doch Zigaretten holen was oh ja vielleicht spielt man ja bald mal wieder was das wäre cool ja sehr gerne aber so ne 8er Gruppe seh ich hier auch bei diesem Ding da seh ich da wär ich dabei auf jeden Fall das wär richtig mit den Chaoten Jen Luki jo noch anderen Punkt und äh na denn ich wünsch euch einen schönen Abend Leute gleichfalls tschüss tschüss k